Hallo und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Ausgabe des TeleStammtisch. Für alle da draußen, die sich wundern, warum es jetzt hier so ein bisschen gedauert hat und wie jetzt der aktuelle Sachstand ist. Und hast du nicht gesehen? Ich habe es ja vor kurzem schon getwittert. Wir werden hier nicht mehr differenzieren zwischen verschiedenen Specials. Wir werden das auch alles irgendwie jetzt zu einem großen Konzept verbinden. Und deswegen gibt es ab jetzt nur noch den klassischen regulären TeleStammtisch. Hier können durchaus mal Interviews passieren. Hier werdet ihr weiterhin die Specials bekommen, die ich führe, wenn ich auf irgendwelchen Live-Veranstaltungen bin. In diesem Jahr erwarten uns ja einige Gesprächsrunden auch auf Bühnen vor Publikum. Da wird einiges auf uns zukommen. Im besten Fall kann ich das alles mitschneiden. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das sind einfach fortlaufende Nummern. So gibt es nicht mehr immer dieses Hin und Her mit den Specials. Und regulären Ausgaben. Und was für Intros nehmen wir eigentlich? Das ist jetzt alles ein bisschen vereinheitlich. Sodass es für euch da draußen auch vielleicht ein bisschen einfacher ist mitzubekommen, von was der Andi eigentlich redet. Und diese Runde, die wir heute aufnehmen werden, ist eine Runde, auf die ich so richtig Bock hatte. Denn irgendwie hatte ich das Gefühl, ich würde gerne mal wieder was zu Comics machen. Ich würde gerne so ein bisschen mit Leuten reden, die auch Comics lesen. Und die eben regelmäßig darüber auch schreiben, vielleicht sogar selbst Comics publizieren. Oder eben auch schon Teil hier in diesem Podcast gewesen sind. Und deswegen habe ich mal rumgefragt. Und drei Herren am Start, die auf jeden Fall voll ins Konzept passen. Da würde ich mal beginnen mit demjenigen, der selbst Comicschaffender ist. Er ist mir aufgefallen im Rahmen von verschiedenen Live-Veranstaltungen. Wir haben uns jetzt diverse Male schon getroffen. Ich hatte ihn auch schon diverse Male vor dem Mikro zu Gast. Wir haben gesprochen über Gott und die Welt und unter anderem ist er jemand, der Werbung macht beziehungsweise sich selbst präsentiert und seine Projekte. Zuletzt sein Projekt Touch mit der Aussage, das wäre der erste HD-Comic, den man lesen könne. Jemand, von dem ich weiß, dass er sich sehr mit diesen digitalen Distributionswegen auch auseinandersetzt und der uns zum heutigen Thema, nämlich digitale Comics, auf jeden Fall auch ordentlich was erzählen kann. Moin Hock. Hallo, ja und danke für die Einladung, weil du weißt, wenn es eine Sache gibt, die ich auch nur halb so gerne tue, wie Comics zeichnen, dann ist es drüber reden. Und vor allem die digitalen Comics liegen mir da sehr am Herzen und ich bin sehr gespannt auf die tolle Runde, die wir heute haben. Sehr gut. Wenn alles schief geht, kann ich euch im Anschluss an dieser Aufzeichnung auch schon mal erste Konzepte für einen Cover schicken. Und wenn ich darf, würde ich da sogar so einen kleinen Verweis mit auf Arbeiten von dir mit reinbringen. Da könnt ihr euch mal überraschen lassen. Der zweite Herr hier in der Runde ist jemand, der mir vor allem deshalb aufgefallen ist, weil er quasi täglich Blogbeiträge rausballert und da auch sehr regelmäßig Beiträge zu digitalen Comics dabei sind. Er wertet wo auch immer herkommende Zahlen vom US-Markt aus, was Comics betrifft. Er hat immer wieder die aktuellen Veröffentlichungen auf Comixology im Blick und hat zuletzt auch was zu einem Projekt veröffentlicht, beziehungsweise es einfach so rezensiert, was man zuletzt eben von Panini mitbekommen konnte und weiteren deutschsprachigen Comics. Also Optionen, die es eben gibt, wenn man quasi, nun ja, deutschsprachige Comics lesen möchte. Und das fand ich ganz spannend und ich denke, er ist hier auf jeden Fall ein Gewinn für die Runde und hat dir auch gut was beizutragen. Moin Stefan. Hi, Tag auch. Guten Tag. Habe ich das so richtig gesagt? Sind so digitale Comics auch ein Faible von dir? Das sind definitiv ein Faible von mir. Ich lese jetzt seit 2014, wo das erste große iPad rauskam, digital. Bin mittlerweile nahezu komplett auf digital umgestiegen. Ja, beschäftige mich zum einen mit dem Lesen natürlich, zum anderen aber auch ein bisschen mit dem Drumrum, was es da alles sonst noch für Sachen gibt, wie der Markt auch von digitalen Comics aussieht, was es sonst noch für Apps gibt. So ein bisschen beschäftige ich mich damit. Okidoki. Na, da bin ich mal gespannt, denn heute soll es ja eben auch so ein bisschen um die Perspektive der Endnutzer gehen. Wir haben hier schon wirklich ganz viele tolle Kollegen, die auch so kreativ schaffend gewesen sind, dabei gehabt. Also vor allem, ja sag ich mal, junge Indie-Künstler, die viel eben auch so Webcomics publizieren und davon natürlich sprechen. Da sind da natürlich verschiedene Plattformen im Gespräch und all das könnten aber auch Themen sein, die der Endnutzer, also wir, die wir heute hier so sitzen und uns über dieses große, weite Internet miteinander unterhalten, vielleicht auch anders wahrnehmen, als diejenigen, die es dann eigentlich produzieren. Und ich möchte zu guter Letzt noch jemanden begrüßen. Jemand, der eigentlich sowas wie ein Urgestein des Tele-Stammtisch ist, denn er war in den ersten Ausgaben, das waren dann doch schon einige im Laufe der letzten Zeit, dabei und ist jetzt länger nicht zu hören gewesen. Jemand, auf den ich große Stücke halte, weil er immer wusste, wie er vor allem Comics zu präsentieren hat und da wir eine ganze Zeit lang nichts von ihm gehört haben, ist es mir eine wahre Freude, ihn heute begrüßen zu dürfen. Moin, Nick! Ja, moin! Hi, es ist wirklich lange her. Es hat sich irgendwie nicht mehr so ergeben. Also ich war ja immer gerne dabei, spreche auch nach wie vor gerne über Comics, daran hat sich auch nichts geändert. Aber die Zeit, wie manche andere von euch das auch kennen, ist manchmal nicht so da und deswegen war dann irgendwie weder Comiclesen so wirklich groß bei mir das Thema, noch darüber sprechen, aber genau deshalb freue ich mich eigentlich, wieder mal wieder hier zu sein. Was macht denn der Lesestapel? Ah, schlechtes Thema. Er ist im Keller. Er ist im Keller, sehr gut. Das ist glaube ich so die Maximalstrafe, oder? Wenn der Lesestapel schon so ist, dass man ihn außer Sicht legen muss. Ja, ja. Das ist bei mir auch schon häufiger als einmal passiert, aber da zweifelt man dann irgendwann an der Sammelwut, oder? Ja, aber das ist doch beim digitalen Lesen, das ist doch praktisch. Der Lesestapel liegt bei mir in der Excel-Tabelle. Sehr gut. Da kommen wir schon direkt zum Inhalt, ne? Ist tatsächlich ein ganz großer Punkt. Wir müssen hier natürlich eine Menge Sachen ansprechen. Wir werden mal gucken, wo die Reise hingeht im Laufe der nächsten anderthalb Stunden. Und tatsächlich ist da der Platz, wie ich finde, eine der wesentlichen Punkte beim Comic, ja. Also beziehungsweise beim digitalen Comic. Wir haben natürlich die Situation, dass man vielleicht manchmal in Urlaub fährt. Und was bei den E-Books da schon lange gang und gäbe ist, setzt sich bei den Comics vielleicht erst mit einem gewissen Verzug durch, oder spielt da überhaupt eine Rolle? Nämlich einfach platzsparend Comics mitzunehmen. Also dieser digitale Lesestapel, von dem ihr gesprochen habt, ist der größer oder kleiner als der mit anfassbaren, ich sag mal haptischen Papiercomics bei euch zu Hause? Wie sieht das bei dir aus, Nick? Also bei mir ist tatsächlich der physische Stapel noch größer. Und es wird ja wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch bleiben. Das liegt aber einfach daran, dass ich so viel noch da liegen habe und eher gelegentlich digital lese, dass sich das wahrscheinlich auch nie so ganz aufheben wird. Ich habe da für mich einen Kompromiss gefunden. Ich kaufe nach wie vor lieber physische Bücher, oder Comics, muss aber natürlich, wie du schon sagtest, zugeben, dass der Platz endlich ist. Ich lese aber auch mittlerweile zunehmend digital. Meistens nutze ich das, um irgendwo reinzulesen, wo ich vielleicht nicht so ganz sicher bin, ist das jetzt was, was dann wieder ein paar Zentimeter im Regal wegnimmt und ein paar Kilo auf das Regal drücken oder eben nicht. Also das ist so für mich der Kompromiss. Das heißt also, wenn du sagst zum Reinlesen, das klingt so ein bisschen so, als wären für dich als ja Endkunden, das habe ich jetzt hier schon ein paar Mal benutzt, das Wort, das vor allem vielleicht auch ein finanzieller Aspekt wäre. Nee, bei mir tatsächlich nicht. Also es heißt nicht, dass ich das Durchgedicke habe, dass der fünfte Porsche schon vor der Tür steht und sowas vollkommen egal ist. Aber ich kann mir das so einteilen, dass ich genau weiß, wenn ich einen Comic kaufen möchte, dann kaufe ich mir den. Bei mir ist es wirklich eher der Platz. Ich habe innerhalb von einem Zeitraum von, ich sage jetzt einfach mal drei Jahren, es müsste hinkommen, sehr, sehr viele Comics gekauft. Und das sind dann auch in der Regel, da ich keine Hefte kaufe, Sammelbände, die sind auch nicht selten im Hardcover. Und das ist halt einfach Platz. Und ich habe halt mittlerweile gemerkt, es ist so viel, das mit dem Keller war jetzt eigentlich kein Witz. Den habe ich wirklich da unten stehen. Noch nicht mal im eigenen, sondern bei meinen Eltern, weil es einfach nicht mehr gereicht hat. Und dann habe ich mir gesagt, gut, das ist eine Sache, die kannst du ja eigentlich jetzt steuern. Aber dann kommt auch hinzu, es müsste gar nicht so viel sein, weil ich auch vieles gekauft habe, weil es mal so ein Angebot war. Und weil ich dachte, das kannst du irgendwann mal lesen. Und du liest halt lieber physisch, analog und nicht digital. Und da gibt es auch viele Sachen, wo ich sage, die hättest du dir eigentlich gar nicht kaufen müssen. Deswegen mache ich das mittlerweile so, wenn irgendwo was ist, was mich interessiert, dann schaue ich, wo kriege ich das günstig digital, lese mal rein. Und wenn ich dann so beeindruckt bin, dass ich sage, wow, das ist was, das willst du dir auch gerne mal ins Regal stellen und da angucken, dann kaufe ich es dann auch tatsächlich. Und wenn nicht oder wenn es so mittelmäßig ist oder so, dass du sagst, gut, ist jetzt nicht schlecht, aber liest du wahrscheinlich nie wieder, dann reicht es auch, wenn es dann ein paar Kilobyte auf dem Rechner sind oder auf dem Tablet. Da tut es nicht weh. Stefan, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Bei dir weiß ich, dass gerade aufgrund der Rezension, die du natürlich auch zu deinen Comics schreibst und bei dir am Blog Nerdentum, wir werden alle entsprechenden Links übrigens auch wie immer in die Show Notes packen, sodass jeder, der sich dann heute ein bisschen angefixt fühlt von deinen Beiträgen, auf jeden Fall auch mal in deinen Blog schauen kann. Von dem Blog weiß ich, dass du eben auch häufiger US-Material rezensierst. Und wie ist das eigentlich? Hast du die alle dann digital oder hast du die vor allem irgendwie dann doch in deinem Comicladen deines Vertrauens gekauft? Also alles, was ich an US-Sachen lese, lese ich digital. Ich bin vor, bis vor ein paar Jahren habe ich die natürlich, gab es digital noch nicht so, habe ich das alles in Print gelesen. Und dann gab es bei mir so den Schnitt, zum einen das schon angesprochene Platzproblem. Die Longboxen haben sich halt irgendwo gestapelt und konkurrierten dann mit dem Platz für die Karrierebahn meines Sohnes. Und dann musste halt da schon was passieren. Und der andere Punkt war auch die Verfügbarkeit. Bei mir ist der Comic-Shop halt nicht direkt um die Ecke, sondern war dann irgendwie 100 Kilometer entfernt. Und dann musste ich bestellen. Und dann kam es nicht die gleiche Woche, sondern vielleicht so eine Lieferung von drei Wochen hintereinander auf einmal. Und das hat mir dann zu lange gedauert. Und als die Möglichkeit dann kam, dass man die Hefte digital direkt am selben Tag bekommen konnte, habe ich das genutzt. Und seitdem lese ich US-Sachen grundsätzlich digital. Ich habe also von US-Sachen neuen Datums nicht, dass ich wüsste, dass ich irgendwas in Print habe. Das ist alles älter. Das ist also dann gerade, wenn du über die aktuellen Sachen liest im US-Bereich, dann vermutlich über Comixology, oder? Das ist US-Sachen Comixology zu, ich sage mal, 99 Prozent. Was dazukommt, sind je nachdem, was man da kaufen kann, PDFs eher selten. Was jetzt dazugekommen ist, sind die Sachen, die über Amazon Prime Reading gehen. Die lese ich dann auf der Kindle-App für iPad, weil es mich nichts kostet, weil es in einem Prime-Account, Amazon Prime-Account mit drin ist. Und man hat ja gesehen, dass da durchaus gute Sachen kommen. Stone King ist jetzt für einen Eisner vorgeschlagen. Also das war schon nicht schlecht. Und auch die neue Serie Stone Arena. Ich weiß nicht, warum die das alles... Nee, Starstone heißt es, glaube ich, von Sub. Und Dunbar ist auch sehr, sehr nett. Also, aber ansonsten fast nur Comixology. Okay. Das ist natürlich auch mal ganz interessant, wenn man so von Lesestapeln spricht und guckt, auch was man dann dafür ausgibt. Wir werden in einzelne Details und einzelne Themen, die wir jetzt schon angeschnitten haben, auf jeden Fall später auch nochmal genauer zu sprechen kommen. Auf einzelne Plattformen, auf Vor- und Nachteile und so. Was ich natürlich ganz entspannt finde, ist so ein bisschen auch die Frage mit dem Wiederverkauf. Ich bin jemand, der Comics nicht zwangsläufig in großen Mengen bei sich zu Hause hinstellen muss, nachdem er sie einmal gelesen hat und dann nie wieder in... Also, ich nehme so gut wie kein Comic ein zweites Mal in die Hand. Es gibt wirklich eine überschaubare Anzahl von vielleicht 20 Traits und Heften, mit denen ich irgendwie was Persönliches verbinde, weil sie besonders signiert sind oder weil ich die Story besonders toll finde. Aber letztlich werden die meisten Comics, die ich kaufe, also die ich wirklich Hefte oder Trades, auch wieder verkauft. Das heißt also, für den eigentlichen Lesegenuss muss ich nicht so wahnsinnig viel bezahlen. Bei digitalen Comics ist das ja ein bisschen schwierig. Wenn du jetzt sagst, du kaufst die neuen Sachen, häufig, noch 99 Prozent hast du gesprochen, die sind ja nicht wirklich günstiger als die gedruckten Hefte, oder? Nein. Und ich habe aber vorher auch die Hefte nicht wirklich verkauft. Ist ein Stück weit ein Messietum, sag ich mal, dass die Hefte dann gehortet werden. Zwar schon ein bisschen ordentlicher. Ich bin den Dachboden am Machen. Ich habe jetzt gerade hier ein paar Hefte neben mir stehen. Das sieht schon ordentlich aus. Aber ich habe so die Idee zu bekommen, die möglichst schnell wieder zu verkaufen. Auf die Idee gekommen bin ich noch nicht. Habe jetzt damit angefangen, wo ich umgestiegen bin auf digital. Da habe ich dann schon einige wieder verkauft. Sehr gut. Hock, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du hattest ja, da müssen wir dann auf jeden Fall auch nochmal einsteigen. Das ist ja auch was, was ich gemerkt habe. Übrigens kurzer Verweis. Du warst vor kurzem zu Gast bei dem Kollegen To von Eingetütet und hast da auch ausgiebig über deine Arbeit und deine Projekte gesprochen. Und dabei war, glaube ich, auch Thema, dass du so ein bisschen das Problem hattest, dass du nicht genau wusstest, okay, wie veröffentlichst du und vor allem wo veröffentlichst du deine digitalen Comics am ehesten? Kann man sagen, du hast so diese, sage ich mal, Distributionswege auch so ein bisschen im Blick? Ja, also definitiv. Und mir tut die Diskussion, wie sie bei uns gerade läuft, auch jetzt schon ein bisschen weh, weil aus meiner Sicht ist ein digitales Comic nicht nur ein Produktionsweg. Es ist ein anderes Medium, das teilweise auch anders genutzt wird. Leider vielmals im Moment noch wirklich eher ein, jetzt scannen wir mal Seiten und gucken, wie wir die möglichst passend ins Internet kriegen ist. Aber da steckt so viel mehr Potenzial drin, dass ich das für mich selbst schon lange aufgehört habe zu reduzieren auf, ich lese digital, weil ich, weiß ich nicht, weil es bei Comixology schneller ist. Ja, auf jeden Fall. Ich lese digitale PDFs, weil mir bei Kickstarter der Versand zu teuer ist. Ja, auf jeden Fall. Aber ich halt auch ganz gezielt ausschaue nach digitalen Konzepten, die halt anders aussehen als im Papier, weil es für mich einfach die nächste Evolutionsstufe ist von dem, mit dem wir uns da befassen. Und ja, ich habe trotzdem noch ungefähr 4000 Hefte im Keller stehen. Und ja, auch ich suche nach Ausweichmöglichkeiten und einem zweiten Keller zum Anmieten. Aber das ist für mich eher der Sammelleidenschaft geschuldet und natürlich einer gewissen Historie gedruckte, sammle ich seit, bevor ich lesen kann, seit Anfang der 80er. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sagen würde, das ist dann, weiß ich nicht, eine Auswahl in der Form von die Guten gedruckt, die, bei denen ich mir nicht sicher bin, digital. Das spielt bei mir da eher eine untergeordnete Rolle. Wenn du jetzt also das Wort Sammelleidenschaft in den Raum wirfst, kann man dann analog daraus interpretieren, dass du diese Sammelleidenschaft bei digitalen Comics vielleicht eher nicht so siehst? Ich sehe sie weniger bei dem, wie es heute gemacht ist. Das ist auch genau dieses Thema Wiederverkauf. Wenn du heute ein Comic auf Comic-Sology kaufst, dann ist es genau dasselbe wie das, was der Niklas morgen kaufen kann. Du kannst nicht den Unterschied zwischen Erst- und Zweitauflage, du hast nicht das limitierte Sondercover, du hast nicht die Signatur vom Zeichner drin. Aber das sind ehrlich gesagt alles Sachen, die auch digital gehen würden. Wir machen sie nur Stand heute nicht. Insofern fühle ich mich mit meiner Sammelleidenschaft online noch nicht bedient. Kann ich ganz kurz was einwerfen? Gerne, Feuer frei. Und zwar fängt Comic-Sology ja in Ansätzen mit diesen digitalen Sonderausgaben an. Gerade von War of the Realms konnte man, wenn man das gerade sofort gekauft hat, ein spezielles Heft kaufen und hat dann eine Woche später nur noch das Normale bekommen. Also das gibt es in Ansätzen schon. Okay, das heißt also, das war letztlich einfach nur, dass die erste Seite halt ein anderes Cover hatte? Nee, nee. Kein anderes Cover, sondern mehr Inhalte. Skripte dabei, Entwurfszeichnungen und so weiter. Und welchen Anreiz hat das? Damit sollten quasi Sofortkäufer oder Spontankäufer animiert werden oder wie war das? Richtig, kaufst jetzt, dann kriegst du es, kaufst es später, kannst du es nicht mehr kaufen. Aha, okay. Das ist halt für den Vertrieb ganz wichtig, dass ihr das, was du auf allen Plattformen siehst, ob das ein Comic-Sology ist, ob das ein Kickstarter ist, ob das ein Self-Publishing über Amazon ist. Du hast gewisse Algorithmen hintendran, die dich entweder auf die Vorschlagseite bringen oder nicht. Das heißt, du als Publisher musst alles tun, um auf diese Vorschlagseite zu kommen. Also, wenn du annähernd die Chance hast, über Comic-Sology-Submit hast du das auch nur, wenn du schon mit einem großen Grundrauschen reinkommst. Und die meisten von diesen Algorithmen, kann ich sagen, weil ich selbst studierter Wirtschaftsinformatiker bin und so Zeug auch mal geschrieben habe, basieren da drauf, was in einem gewissen Zeitraum passiert. Und je mehr Traffic da in einem gewissen Zeitraum drauf ist, je mehr Verkäufe in einem gewissen Zeitraum drauf sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich dein Comic zum Beispiel bei Comic-Sology oder bei Kickstarter auf dieser Vorschlagsliste, nach dem Motto, andere Kunden kauften auch oder schau mal hier auf der Startseite Empfehlungen für dich wiederfindet. Deswegen ist das eigentlich ein ganz, ganz spannender Trick mit etwas einem begrenzten Zeitraum anbieten, kennt man bei Kickstarter ja mit diesen Early-Bird-Rabatten, der eigentlich nur das Ziel hat, möglichst viele drei Viertels entschlossene Leser dazu zu kriegen, direkt am Anfang zu kaufen, damit man halt in diese Algorithmen reinrutscht. Wir haben jetzt hier ganz oft schon von Comic-Sology gesprochen und eine der Absichten mit der heutigen Runde ist es ja auch, dass wir vielleicht so ein bisschen allgemeiner erstmal eine Einführung machen und vor allem vielleicht erstmal erklären, was ist das? Wenn uns da draußen jetzt jemand hört, der vor wenigen Jahren angefangen hat, DC Comics oder Marvel Comics zu lesen, dann kennt der diese vor allem oder wahrscheinlich vor allem deshalb, weil er sie im Zeitschriftenhandel um die Ecke, im Comicladen um die Ecke oder bei irgendeiner Live-Veranstaltung gesehen hat, dort gekauft hat und nun fleißig seine Heftabos jeden Monat bekommt. Was Comic-Sology selbst aber ist, müssen wir schon nochmal irgendwie erklären. Stefan, kannst du mal einen Versuch starten zu erklären, was ist Comic-Sology, was zeichnet das aus, wo gehört das dazu? Vielleicht kannst du da so eine ganz grobe Einführung mal machen. Comic-Sology ist ein Dienstleister, ist ursprünglich mal aus so einer Pull-List entstanden, das heißt, da konnten Kunden sagen, die in die Comics möchte ich demnächst haben und dann konnten die Händler darüber die Vorbestellung machen. Die haben irgendwann angefangen, digitale Comics anzubieten, arbeiten mittlerweile mit allen großen Verlagen zusammen und auch kleinen Verlagen, gehören zu Amazon und bieten an, dass man über sie Comics kaufen kann. Wobei das Kaufen in Anführungszeichen steht. Man muss sich darüber bewusst sein, dass man ein Account bei Comic-Sology anlegt und dann über dieses Account Einzelhefte kauft, die im Normalfall genauso viel kosten wie die Druckausgaben und dann kann man diese Einzelhefte lesen. Man kann die sich auf seinem Android- oder iPad-Gerät runterladen oder kann die direkt im Webbrowser lesen. Wenn man aber dann keinen Zugriff mehr auf das Account hat, warum auch immer, sind diese Hälfte weg. Man hat die nicht mehr im Zugriff. Es ist also in dem Sinne in den seltensten Fällen ein tatsächliches Kaufen als vielmehr ein, wie das heutzutage so üblich ist, ein digitaler Dienst. Es gibt ein paar Ausnahmen, Image, Valent, ein paar kleinere bieten an, dass man sich Backups erstellen kann als EPUB-Datei oder PDF-Datei. Die kann man sich dann auch runterladen und selbst irgendwo speichern, aber gerade bei den Großen, die Z und Marvel, ist das nicht möglich. Okay, das heißt, ich habe die dann digital, wo auch immer. Ich habe quasi auch gar nicht den eigentlichen Comic. Ich habe halt eben irgendwelche Lizenz- oder Nutzungsrechte an diesem Comic. Bin ich denn jetzt total aufgeschmissen, wenn ich keine Internetverbindungen habe? Nee, du hast, also wenn du an einem Rechner sitzt, bist du aufgeschmissen, weil für einen eigentlichen PC, Windows, Linux, wie auch immer, gibt es die App nicht. Dann musst du tatsächlich einen Internetzugriff haben. In den anderen Fällen, wenn du ein Android oder ein iOS-Tablet hast, kannst du sagen, okay, ich habe jetzt meine Comics gekauft, schaue mir an, was alles in meiner Bibliothekrunde ist und ich möchte mir da jetzt diese Hälfte runterladen. Ich persönlich mache das so, jeden Mittwoch durchstreife ich Comicsology. Ich weiß ja schon, was ich lesen möchte, lege die entsprechenden Hälfte in den Warenkorb. Das mache ich alles über den PC, kaufe die dann entsprechend und wenn ich die gekauft habe, gehe ich auf mein iPad und gehe da in die Comicsology-App, die es extra dafür gibt und sage dann, okay, folgende Hälfte möchte ich jetzt runterladen. Dann lädt er die auf mein iPad und dann kann ich offline mit meinem iPad lesen, so viel ich will. Mhm, okay. Jetzt so als Disclaimer, also ich kenne natürlich das Konzept und ich selbst lese auch sehr viel digital, deswegen ist so ein bisschen auch der, das war letztlich so einer der ausschlaggebenden Punkte, heute diese Runde zu machen und deswegen sind meine Fragen aber auch gezielt naiv und natürlich auch so gestellt, dass jemand, der davon noch nichts gehört hat, da vielleicht ja eben sich erstmal ein Bild machen kann. Wie sieht es denn aus? Kriege ich auf Comicsology alle Sprachen? Komme ich da überhaupt an deutsche Comics oder kann ich mir da nur die englischen Versionen anschauen? Nein, mittlerweile bekomme ich alle Sprachen und mit allen Sprachen sind vielleicht nicht alle Sprachen gemeint, Klingonisch ist zum Beispiel nicht dabei. Aber die gängigen Sprachen bis hin zu verschiedenen chinesischen Varianten sind dabei, natürlich auch Deutsch, wobei es aktuell bei den Panini-Heften, also den deutschen Übersetzungen von Marvel und DC, eine Pause gibt. Da gab es rechtliche Probleme und die sind zwar jetzt behoben, zumindest ist das die Information, die ich bekommen habe, aber es gibt aktuell noch keine neuen Hefte von Panini. Aber andere deutsche Hefte gibt es immer mal wieder, von Hock natürlich, wenn er wieder was Neues macht, weil er die Sachen auch auf Deutsch bringt, aber auch ansonsten kleinere Verlage haben immer mal wieder was Deutsches. Okay, das klingt aber so ein bisschen so, als müsste ich jederzeit damit rechnen, dass mal irgendein Lizenzvertrag zwischen Panini und Comicsology ausläuft und ich dann echt ein Problem habe. Könnte mir das passieren, dass mir gekaufte Comics oder zumindest die Rechte, die ich an diesen Comics habe, dass mir die irgendwann einfach nichts mehr bringen und ich nicht mehr an meine Comics komme? Kann mir das passieren? Nein, theoretisch kann das passieren, ja. Das kann bei digitalen Inhalten immer passieren. Es kann ja auch theoretisch sein, dass der komplette Vertrag von Comicsology irgendwie ausläuft oder Amazon sagt, wir machen das jetzt nicht mehr und ich an gar keine Comics mehr drankomme, hat dann nichts mit Deutschen zu tun. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering. Also die Hefte, die man bereits hat, habe ich bisher noch nicht erlebt, dass da ich keinen Zugriff mehr hatte. Was ich schon erlebt habe, dass die den nachträglich die Möglichkeit weggenommen haben, die Hefte in Europa zu kaufen. Es gibt ja dann immer mal solche Sachen bei Watchmen, zum Beispiel das mit dem Smiley, weil der in Europa anders lizenziert ist oder es gibt Hefte, die irgendwelche Hakenkreuze auf dem Cover zum Beispiel enthalten, die dürfen in Deutschland nicht vertrieben werden. Das macht Comicsology dann irgendwann auch, zum Teil nachträglich. Aber ich konnte die Hefte immer trotzdem noch lesen. Das war also nie das Problem, wenn ich die rechtzeitig gekauft hatte. Bevor das Heft aus dem Shop im Prinzip rausgenommen wurde, war es trotzdem noch in meiner Bibliothek dran. Wo ich kurz einwerfen möchte, das ist jetzt kein Comics-spezifisches oder Comicsology-spezifisches oder auch internetspezifisches Phänomen. Ich erinnere mich an TV-Serien auf den 90ern, zum Beispiel die geile DC-Adaption Birds of Prey, wo dann bei der Ausstrahlung im Fernsehen sowohl in den USA als auch in Deutschland andere Musik verwendet wurde, als sie dann auf DVD rauskam, weil die Musik halt nur für die Fernsehausstrahlung lizenziert war. Und klar, sowas kann dir immer passieren, aber dir können ja auch theoretisch die Hefte, die du im Keller gelagert hast, können dir wegen einem Wasserrohrbruch absaufen. Also sicher ist im Leben nichts. Ja, definitiv. Du hattest ja vorhin auch, Hock, das Thema Auflagen auch erwähnt, das du natürlich im digitalen Bereich nicht unbedingt hast. Andererseits ergeben sich da natürlich dann auch ganz neue Thematiken, was zum Beispiel auch Korrekturen anbetrifft. Ganz aktuell hatten wir das Thema bei Batman und nachträglichen Korrekturen in den Details, die wir bei Batman-Comics so zu sehen bekommen konnten. Das ist an mir vorbeigegangen. Was war der Lacher? Gab es wieder irgendwo eine nackte Brust und die Amis haben sich echauffiert? Nein, es ging tiefer. Es war keine nackte Brust einer Frau, sondern es war der Penis eines Mannes von Batman. Das Letzte, was ich mitgekriegt habe, war bei X-Men mit diesen, islamischen Botschaften auf dem T-Shirt. Aber das ist auch genau, das ist letztlich genau dieselbe Situation. Wir müssen beides kurz anreißen. Also diese Sache mit diesen islamischen Botschaften, da waren quasi, ich glaube, anti-jüdische Botschaften oder antisemitische Botschaften drin irgendwie. Antijüdisch, ja. Und das wollte man natürlich seitens Marvel raushaben. Irgendein Redakteur hat da gepennt, beziehungsweise sich keine Gedanken gemacht und dann war es veröffentlicht. In der digitalen Version ist das dann wohl korrigiert. Und die andere Konstellation jetzt hier mit Batman, da hat man eben sein bestes Stück gesehen, in Brian Azzarellos Damned, war das? Batman Damned, ne? Ja. Und das ist halt quasi in der korrigierten Version, aber auch nur in der digitalen Version, soweit ich weiß, ein bisschen dunkler gemacht worden. Man sieht nicht mehr, was genau man da ursprünglich gesehen hat. Das hat man vorher auch nicht genau gesehen, sorry. Aber, ja. Und das ist ja ein Thema, das ergibt sich... War dann vielleicht noch nicht mal Absicht, weil das merke ich ja auch, der ich sowohl digital als auch auf Print publiziere. Du hast halt den Unterschied zwischen dem adaptiven und dem subtraktiven Farbsystem. Ja, also jeder weiß ja, er hat Tinte im Drucker. Und da ist es so, wenn ich da mische, dann kommt eine Farbe dabei raus. Zum Beispiel wie früher im Farbkasten mische ich blau und rot und dann wird es lila. Und auf dem Bildschirm ist es andersrum. Ja, also wenn ich im Farbkasten alle Farben mische, kriege ich schwarz. Wenn ich auf dem Bildschirm alle Farben mische, habe ich ein sogenanntes subtraktives Farbsystem. Das heißt, ich bekomme weiß, weil einfach Licht anders arbeitet als Farbe. Und dadurch habe ich dann auch manchmal den Effekt, habe ich bei meinen eigenen Comics auch schon beobachtet, dass ich noch mal ein bisschen nachschärfen muss, weil es einfach gedruckt anders aussieht als am Bildschirm. Und wahrscheinlich haben die das einfach nicht gesehen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Jetzt sind wir eben drei Leute, die alle so ein bisschen auch Erfahrung haben mit dem Lesen von digitalen Comics. Ich würde gerne mal anfangen, weil wir eben, wie gesagt, die Perspektive des Endkunden hier auch mal ein bisschen beleuchten wollen, wie und wo wir eigentlich digital lesen. Vielleicht gibt es ja besondere Orte, die sich da anbieten. Also ich kann an der Stelle zum Beispiel mal sagen, mein Tablet, wo ich mich gezielt durch die Comixology-Panels durchklicke, das wird vor allem abends im Bett genutzt, wenn ich eben wirklich dann eben nicht ein paar Seiten, sondern einfach nur noch ein paar Panels lesen will ohne eine extra Beleuchtung, dann ist es für mich wirklich optimal oder vielleicht auch im Urlaub oder so. Nick, wie sieht es denn bei dir aus, wenn du digitale Comics liest? Auf was liest du eigentlich und wann überhaupt? Also wenn, dann tatsächlich am Tablet. Ich habe jetzt zwar keinen E-Book-Reader, so einen klassischen, aber kann man ja auch mit einem normalen Tablet in der Regel ganz gut machen. Wenn ich dann lese, dann tatsächlich irgendwie auf der Couch oder auf dem Bett oder, also beziehungsweise dann abends. Im Urlaub habe ich es tatsächlich aus mangelnden Gewohnheit noch nicht so oft gemacht und denke dann in dem Moment nicht dran. Aber da nimmt es dann auch eher zu. Also das ist so der Klassiker. Manchmal auch morgens in der Bahn. Das ist allerdings auch noch wahrscheinlich aus mangelnder Gewohnheit noch nicht so oft vorgekommen. Aber es ist natürlich charmanter. Allein, du sagst es ja schon, mit der Beleuchtung kann man ja in den digitalen Versionen in der Regel immer ein bisschen dran schrauben. Das ist schon ganz praktisch. Dann braucht man nicht irgendwie noch die Lampe da irgendwie am Nachttisch oder so oder im Wohnzimmer, sondern kann das dann mit dem Endgerät direkt machen. Ja, aber wie gesagt, ich bin auch jetzt noch nicht so der hochfrequentierte Digitalleser. Das passiert, wie gesagt, eher zwischendurch mal. Und da nutze ich aber auch den Komfort der Mobilität. Also das nutze ich dann schon gerne aus. Ja, ohne Frage. Wenn man sich mit Leuten, die noch nie digital gelesen haben, unterhält, dann hört man ganz oft, und gerade weil es eben auch der leichteste Einstieg ist, auf meinem Handy ein Comic lesen, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist alles viel zu klein. Und das geht doch gar nicht. Und du wischst nur hin und her und musst ständig reinzoomen, weil die Leute erwarten, dass sie quasi wie so JPEGs bekommen, in die sie, wie sie das aus ihren Fotos kennen, so reinzoomen. Das entspricht ja letztlich eher im Ausnahmefall eigentlich nur der Comicleser-Erfahrung. Was würdest denn du sagen, wie sieht denn das so aus mit Tablet-Größen? Du hast jetzt gemeint, du liest auch auf einem Tablet, also genau wie ich, ich habe ein einfaches Tablet, von einem großen Online-Versand-Riesen, dessen Hausmarke, da habe ich mir das 10-Zoll-Tablet geholt. Bin da ganz zufrieden. Du musst jetzt keinen Markennamen nennen, wenn du dich möchtest, aber was für Größen würdest du einschätzen, sind denn da in Ordnung? Es gibt ja auch so Riesentablets. Könntest du dir das vorstellen? Wie sind da so deine Erfahrungswerte? Also, ich habe jetzt ein, ich müsste jetzt mal gucken, wie viel Zoll das sind. Ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da einen 14-Zoll-Monitor hätte oder sowas, aber für mich ist das ausreichend. Also die Frage ist ja auch, wie liest man sonst? Also ich glaube, wenn man ein normales Heft hat, dann ist ein Tablet jetzt nicht so eine riesige Einschränkung, zumal es auf ein Tablet wiederum einfacher ist, natürlich ranzuzoomen. Und was die Handhabung des Lesens an sich angeht, hängt es natürlich auch wieder davon ab, was hat man da? Hat man ein Format, das optimiert ist für die digitale Nutzung? Oder hat man sich irgendwo eine PDF gezogen, die dann vielleicht nicht ganz so komfortabel zu lesen ist? Aber auch das geht sicherlich. Und also ich weiß nicht, so ein Riesentablet, wer es eh schon hat, der kann natürlich gerne das gleich mit dafür nutzen, ist sicherlich nicht ein Nachteil. Aber ich glaube, extra für Comics würde ich mir jetzt kein größeres, da ist eine Standardgröße für ein Tablet absolut ausreichend. Also ist zumindest meine Erfahrung. Stefan, wie sieht das bei dir aus? Du liest auf einem Pad von einem großen Apfelhersteller. Wie viel Zoll hast du da? Zehn. Zehn, hm? Also ich habe mit 9,7 angefangen, habe jetzt mittlerweile, es ist ein Tablet von der Firma, weil wir das da auch einsetzen, ein 10 Zoll Gerät. Für US-Comics ist das vollkommen ausreichend. Ich lese auch das eine oder andere europäische Album da drüber. Das geht selbstverständlich auch. Ich würde aber keine kleineren empfehlen. Also es gibt ja dann schon mal, welche, die haben da nur 7 Zoll oder sowas, dann fängt es an problematisch zu werden, gerade wenn wir über irgendwelche Panels reden, über Seiten reden, wo wir dann Doppelseiten oder sowas haben, dann wird es ungeschickt. Ganz große Tablets, denke ich, macht vielleicht Sinn, wenn man viel europäische Sachen liest, aber da kenne ich mich so, ehrlich gesagt, noch nicht aus. Ich lese da nur sehr beschränkt Sachen digital. Gerade diese Größe ist natürlich ein Thema bei der Frage, okay, was genau für digitale Comics lese ich da jetzt eigentlich? Wir hatten jetzt ganz oft von Comixology gesprochen. Wir werden gleich im Anschluss auch noch mal auf die ein oder andere Plattform zu sprechen kommen, die es eben auch noch gibt. Aber gerade Comixology hat ja, finde ich, einen ausschlaggebenden Vorteil. Und ihr merkt schon, das klingt so ein bisschen gerade wie Werbung, ist mir schon auch klar, aber ich wüsste nicht, dass es da ist. Wir merken schon, du bist ein Handyleser. Nee, nee, ich lese es schon auf meinem 10-Zoll-Tablet, aber ich sage nur, dieser Guided View, also diese Perspektive, die sich quasi von Panel zu Panel führt, wo du gar nicht das Problem hast, dir jetzt vielleicht gerade ins falsche Panel gesprungen zu sein oder du den Überblick irgendwie verlieren könntest, wirklich, die sich von Panel zu Panel springt, die kannst du doch dem Grunde nach auch auf einem kleineren Tablet lesen. Weil auch da ist das Panel selbst ja noch groß genug. Oder würdest du mir da widersprechen, Stefan? Nee, geht grundsätzlich. Geht ja sogar auf dem Handy. Normales, standardübliches Handy kann man auch mit Comixology nutzen und kann da auch die Sachen Panel für Panel lesen. Macht Comixology ausgesprochen geschickt, das ist auch mittlerweile so eins der Sachen, wo Dinge, wie ich sagen würde, da sind die absoluter Marktförder drin. Aber so das richtige Gefühl vom Comiclesen, vom Selbst die Augen wandern lassen und ja, vom Aufbau, der geht schon so ein bisschen verloren, weil ich wirklich geführt werde. Und das ist etwas, was mir persönlich so ein bisschen fehlt dann. Also dieses Selbst durch die Seite durcharbeiten. Ja. Was ja auch Teil der Comicleserfahrung sein kann. Oder ist halt auch letztlich. Ja. Ja, okay. Bevor wir gleich darauf zu sprechen kommen, was es noch für Trends gibt, was es dann noch für andere Möglichkeiten gibt, weil da bin ich nämlich froh, dass wir dich da bei haben, Hock, weil du kannst uns ganz sicher noch einiges dazu sagen, wie man Comix nämlich digital auch schön darstellen kann. Ein Punkt noch, den ich auch mit dir kurz mal ansprechen möchte, weil du ihn selbst quasi gerade so ein bisschen mit ins Boot geholt hast, nämlich die Frage der Farben. Wir haben vor einiger Zeit, oder andersrum, vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, zusammen mit den Kollegen von den Comic Cookies ein längeres Interview zu führen mit Horst Gotter. Er ist einer der beiden Köpfe hinter dem Splitter Verlag und wir haben sehr ausgiebig über diverse Sachen aus dem Bereich Comic gesprochen. Und es geht unter anderem auch um die Frage, wie die Farbdarstellung ist. Wenn man was sagen kann, ist, dass egal wie du deinen Comic letztlich kolorierst, es sieht auf jedem Display anders aus. Also ob du jetzt ein hochauflösendes Retina-Display hast, ob du jetzt ein LED-Display hast, OLED, ob du das vor einem alten Flatscreen guckst, auf einem moderneren Laptop, hast du nicht gesehen. Irgendwie sehen die Farben alle ein bisschen anders aus und sei es nur, weil die Beleuchtung des Panels, auf dem du liest, also des Hardware-Panels, immer irgendwie ein bisschen anders ist. Das ist doch eine total frustrierende Erfahrung für so einen Comicschaffenden, oder Hock? Für den Comicschaffenden ist es der Albtraum, definitiv. Aber es ist ja nicht so, als wäre das ein Problem, was andere nicht haben. Also wenn ich an die ganzen Internetschaffenden denke, die sich seit Jahren Gedanken darüber machen, wie denn jetzt die Farbwelt von Firma XY auf eine Webseite übertragen werden kann oder noch schlimmer, wie die Farbwelt XY aussehen soll für die Firma, die als erstes eine Webseite hat und später, falls überhaupt nochmal, einen Briefkopf in unserer Zeit, die haben das Problem auch. Was haben die gemacht? Die haben das sehr geschickt gelöst. Sie haben nämlich erst mal für ein unfassbares Geld selbst kalibrierende Monitore angeschafft, die kein Mensch zu Hause hat. Sowas, was Fotografen einsetzen, damit es auf dem Monitor so aussieht wie im Druck und haben gemerkt, äh, Zonk, Ergebnisse nicht so toll, hat sich nicht so durchgesetzt. Dann haben sie mal mit jemandem geredet, der Ahnung hat. Dann kamen nämlich die ersten Farbtheoretiker dazu zu den Internetschaffenden und haben gesagt, hm, das menschliche Auge justiert sich ohnehin dauernd neu. Ja, also wenn du jetzt bei dir die Wand anguckst und vielleicht die klassische weiße Raufhaser vor dir hast, dann gehst du in die Nachbarwohnung. Du hast mit Alpina Weiß gestrichen, die hatten, äh, keine Ahnung, was es sonst noch gibt, die Thom-Eigenmarke. Dann ist das nicht derselbe Farbton. Wenn du die nebeneinander liegen hättest, würdest du es sehen. Dein Auge stellt sich aber darauf ein, dein Gehirn sagt, beides ist weiß. Das heißt, worauf du dann achten musst und worauf auch jetzt auch die Comicschaffenden lernen müssen zu achten, wenn sie für digital produzieren. Und ich glaube, das ist die, die Kerngeschichte, auch, auch bei dieser Geschichte mit dem Seitenlayout, dass wir im Moment ja noch überwiegend für Papier produzieren und dann digitalisieren. Wenn du für digital produzierst, dann achtest du halt auf Farbunterschiede. Ja, du sagst, du brauchst auf der Seite ein Rot, das gegen das Blau absticht. Ob das jetzt genau derselbe Rotton vom Superman S ist, den du auch auf dem Papier sehen würdest oder ein leicht anderer, wird das Lesegefühl nicht nennenswert beeinflussen. Aber da müssen wir uns ein bisschen, glaube ich, von unserem Perfektionismus lösen und an die Realitäten des Mediums anpassen. Comic wird ja schon immer von den Einschränkungen des Mediums irgendwie beeinflusst. Und die hochwertigen Digitaldrucke, die wir heutzutage haben, das ist ja jetzt nicht das, womit Sachen wie ein Spider-Man, ein Batman, ein Superman groß geworden sind, sondern das war ein Newspaper-Print. Da wussten die auch nicht, wie die Farben aussehen, wenn sie sie abgegeben haben. Das ist ja natürlich auch so ein Ding, wir hatten ja auch das Thema Auflage, da muss man ja genauso gut auch das Thema Reprint ins Spiel bringen oder eben dann nochmal die Umsetzung als Paperback. Häufig hast du ja auch ein anderes Papier. Ich weiß gar nicht, wie das so ist, wenn du Comic-Künstler bist bei einem großen Verlag oder meinetwegen auch im Selbstpublishing-Bereich, du hast plötzlich eine neue Auflage oder hast plötzlich ein neues Format, in dem du eben veröffentlichst und da vielleicht eben auch eine ganz andere Papierart. Auch da wirken Farben doch ganz anders und ich denke, das ist ja letztlich auch eine vergleichbare Situation, oder etwa nicht? Das ist noch viel schlimmer. Also dasselbe Papier aus einer anderen Druckmaschine bei einer anderen Druckerei reicht manchmal schon. Und ja, also es ist was, wenn du wirklich jetzt hingehst und würdest was fotorealistisch abbilden und würdest ja versuchen wollen, ein Kunstfälcher zu sein, um da was eins zu eins nachzustellen, dann würdest du dir über die ganzen Sachen Gedanken machen. Aber wir dürfen nicht vergessen, die meisten Leute, die Stand heute leider für die großen Verlage arbeiten, sind ja nicht die, deren Herzblut so 5000-prozentig am Comic hängt. Das sind ja oft Leute, gerade bei den Autoren, die dann das als Sprungbrett nehmen, um dann Filme zu machen, um TV-Serien zu machen. Bei den Zeichnern sind es oft Leute, die bei den großen Verlagen selbst nicht so super glücklich sind, sondern das halt nehmen, um dann im Independent-Bereich, wo ein Großteil der Kohle herkommt, die im Moment die Comicschaffenden weltweit am Leben hält, um da einen höheren Seitenpreis verlangen zu können. Also ich weiß nicht, ob die wirklich den Anspruch haben, wenn du jetzt von Marvel und DC und Paperbacks etc. redest, dass das wirklich immer und überall perfekt aussieht. Ich glaube, den Anspruch hat wirklich eher der kleine Künstler um die Ecke, der seine ein oder zwei Serien macht und damit auf eine Comic-Con geht. Und das sind auch die Leute, die im Zweifelsfall hingehen und die ganzen Sachen nochmal überarbeiten und sei es nur mit speziellen Filtern und Masken, bevor sie es in den nächsten Druck geben. Du hattest jetzt schon erwähnt, dass es natürlich auch was anderes ist, für eine digitale Publikation oder eben Veröffentlichung zu arbeiten oder sich darauf zu fokussieren, als vielleicht für gedruckt. Ich denke, das ist ein Thema, über das man auch stundenlang reden könnte, weil es da sicherlich auch ganz viele Details gibt, die man besprechen müsste. Aber was natürlich schon so ein bisschen eine Frage ist, ich hatte es eben angeschnitten, ist die Frage der Präsentation. Wenn ich was gemerkt habe bei der Frage, was gibt es überhaupt noch an Webcomics, was wird mir da so präsentiert im Bereich Deutschsprache in die Comics-Szene, dann sind da ganz viele unterschiedliche Formen dabei. Da sind beispielsweise Comics dabei, wo ich kilometerlang gefühlt einfach nach unten scrollen kann und habe dann so den Comic-Aufbau. Wer jetzt zuletzt sich mal eine Präsentation angeguckt hat von den Jungs, die ihr Haus dividet machen, das ist wirklich schon so teilanimiert, das macht wahnsinnig viel Spaß, sich das auch einfach live anzugucken und ich glaube, so wird es zwar nicht präsentiert auf der Seite von den Jungs, aber letztlich halte ich das für eine sehr interessante, moderne Präsentationsform für Comics und auch das, was man sich bei dir anschauen kann, ist ja ein Weg, den es jetzt so oft noch nicht gab. Vielleicht kannst du uns mal beschreiben, was da bei jetzt Touch heißt, deine erste größere Serie, die du im Selbstverlag auch erfolgreich, glaube ich, präsentierst, wie du das online quasi uns als Lesern zeigst. Ja, also der Gedanke dahinter ist halt wirklich, wie sieht ein Comic aus im Fall von Touch, wenn es zuerst für digital präsentiert wurde. Wie du schon gesagt hast, es gibt da verschiedenste Varianten. Meine, die ich gewählt habe, ist ein bisschen aus der Not heraus entstanden, dass alle die Varianten, die du aufgezählt hast, dem Künstler keine Möglichkeit geben, damit Geld zu verdienen. Du hast ganz wenige Plattformen wie Comixology, bei denen du sagen kannst, ich möchte einen Betrag X dafür haben, dass ich mein Werk online veröffentliche. Das wirst du wahrscheinlich nicht bekommen, weil du halt erst mal diese Einstiegshürde hast, wie vorhin erwähnt, um in diese Algorithmen reinzukommen. Dann hast du noch die Möglichkeit, ein Zeug zu verschenken. Ich wollte weder das eine noch das andere und habe gedacht, wenn ich es dann schon neu mache, dann mache ich es so, wie ich es gerne lesen würde. Ich bin ein Handyleser und ich stehe auch auf dieses Comixology Panel-by-Panel-Zeug, den Guided View. Ich finde es aber sehr schade, dass ich da dann doch noch regelmäßig zoomen und drehen muss und unterschiedliche Schriftgrößen habe. Also es ist genau das, das, was ich gelassen habe. Touch ist ein Heft, das Panel für Panel online präsentiert wird, über einen Reader, wo du nichts installieren musst, wo du einfach nur deinen Browser öffnest, draufklickst und los geht's und die Panels sind immer Vollbild. Das heißt, ich habe immer entweder ein Panel oder zwei, drei, die zusammen ein 16 zu 9 Vollbildformat geben und dann über einen Mausklick, über ein Wischen, über einen Druck auf der Tastatur nach und nach die einzelnen Sprechblasen erscheinen lassen, um dann zum nächsten Panel ohne Sprechblasen zu wechseln und dann wieder die Blasen einblenden zu lassen. Hat mehrere Vorteile. Einer der Hauptvorteile ist, dass ich halt während ich lese zwischen den verschiedenen Sprachen hin und her wechseln kann. Und mein Gedanke dahinter war eigentlich nur, dass ich gerne denselben Grundgedanken erreichen möchte wie auf Papier, nämlich den Leser beim ersten Panel einzusaugen und beim letzten wieder auszuspucken. Und zwischendrin hat er die Geschichte genossen und hat sich halt nicht damit beschäftigt, ob er jetzt irgendwo klicken muss, ob er zoomen muss, ob er umblättern muss, sondern ich versuche, das genauso automatisiert hinzukriegen, dass das unterbewusst bei den Leuten abläuft, weil klicken, wischen tun sie eh den ganzen Tag, wie es beim Umblättern vom Comic-Heft passiert wäre. Und dadurch, dass ich halt auch immer nur ein einzelnes Panel darstelle, das kommt dann halt meiner persönlichen Leseart von digitalen Comics entgegen, die ist nämlich auf dem Handy, weil bei mir ist es dann auch so, ich lese, wenn ich Zeit habe und Zeit habe ich meistens, wenn ich irgendwo warten muss oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann habe ich nicht unbedingt das Tablett dabei. Stefan, du wolltest, glaube ich, was sagen? Nee, das war ich. Okay, Nick, Feuer frei. Ihr wisst ja, wie das bei uns bei Tele-Stammtisch läuft. Ihr könnt jeder mit jedem, jederzeit alles immer, gib ihm. Wenn da irgendwelche Sachen sind, die ihr ansprechen wollt oder die euch einfallen, ihr habt eine Ergänzung oder vielleicht wollt ihr widersprechen, macht es einfach. Ja, ich muss direkt widersprechen. Ja, cooler Shit. Um es mal so zusammenzuweisen. Das habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Also so wie das klingt, ich kannte das jetzt eher so spartanisch, wahrscheinlich die konvertierte Version. Wir machen einen Comic und machen einen PDF draus. Los, kauft es. Das war eigentlich die Version, die ich bisher kannte. Aber so wie du das beschreibst, ist das ja schon wieder was, was es ein Alleinstellungsmerkmal gibt. Also wenn ich überlege, bei einem analogen Comic, so gerne ich die lese, kann es ja immer passieren, man bleibt halt eine Seite um und sieht schon mehr, als man eigentlich sehen wollte, bevor man überhaupt gelesen hat, was passiert. Oder liest schon mehr, als man eigentlich tun möchte, weil der Blick halt einfach die Seite dann einfängt. Aber dieses stückweise Aufbauen, das finde ich cool. Das ist in der Tat auch genau der Punkt, der beim Schreiben einen unwahrscheinlichen Spaß macht. Ich habe jetzt gerade eine zweite Serie am Start, wo jetzt gerade eine Kickstarter läuft, Thief Sisters, bei der ich nur schreibe und jemand anders habe, der es zeichnet. Da konnte ich mich noch mehr aufs Schreiben konzentrieren. Und es macht richtig Spaß, wenn du diesen Überraschungseffekt nicht nur beim Seitenwechsel einsetzen kannst. Natürlich versuche ich den dann immer auf den Seitenwechsel zu legen, aber dann hast du manchmal eine Szene, wo du dann irgendwie in einer Szene, die vielleicht zehn Panels hat, irgendwie dreimal so einen Aha-Moment drin hättest. Und dann siehst du ja immer Doppelseiten. Du ziehst doch eine Szene mit zehn Panels, nicht über sechs Seiten. Dann sind wir hier beim Amerikanischen. Ich muss aufs Paperback warten, damit ich es lesen kann. Aber da dann trotzdem zu sagen, nee, und ich muss jetzt nicht zurückschrauben und ich kann mir den Spaß machen und kann den Leser dreimal in kurzer Zeit überraschen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Online bietet halt noch Möglichkeiten, Seiten, die wir Stand heute nicht ausschöpfen, wenn wir immer noch nur für Papier produzieren. Klar geht dabei ein bisschen coole Sachen vom Papier verloren, weil was du in meinen Comics auch ganz selten finden wirst, sind Hochformat-Panels. Weil es passt dann nicht so richtig auf den 16 zu 9 Bildschirm, wobei wir auch da mittlerweile Tricks gefunden haben. Aber es ist halt so die Frage, für was produzierst du zuerst? Ja, und ich persönlich glaube, vielleicht ist das auch, weil, wie eben gesagt, ich aus der IT-Ecke komme, dass wir so langsam aus der Zeit raus sind, wo wir zuerst für Papier produzieren sollten. Ich weiß nicht, wie eben gesagt, ich bin Anfang der 80er geboren, zähle also dann doch jetzt mittlerweile schon zu den Älteren. Ich weiß nicht, ob wir die Generation, die jetzt Anfang 20 oder noch jünger ist, mit Papier noch lange hinterm Ofen vorlocken können. Ja, wobei da, wenn ich da, ich meine, so Medien werden ja immer gerne totgesagt, sobald irgendwas Neues kommt. Ich meine, irgendwann hieß es auch mal, die Zeitung stirbt. Gut, sie stirbt auch langsam, das muss man sagen, aber sie ist immer noch da. Jetzt erst wieder die Comics-Seite im Sonntagstagsspiegel, ne? Ja, ich denke schon, dass das noch eine ganze Weile dauert. Aber das ist klar, es gibt ja mehrere Argumente. Ich glaube, es sind auch gar nicht nur die jungen Leute, die sich die digitalen Comics holen. Es sind ja auch alle Altersklassen, auch die Älteren. Ich meine, du bist ja, ohne dich jetzt als Älter wirklich einstufen zu wollen, das beste Beispiel dafür, dass es eigentlich nicht die Generation ist, die eben gerade ranwächst, die sowas anstößt, sondern eben auch die, die eigentlich nur damit aufgewachsen ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man seine ganzen Bücher und Comics halt in Dateiformaten hat. So erlebe ich das eigentlich auch, also in meinem Umfeld, dass es da, ja, will ich auch sagen. Ich habe noch was zu dem Thema, für digital zu erst produzieren. Ich meine, die Idee ist ja mit Verlaub nicht neu. Da hat Mark Waid mit Thrillband ja schon vor einiger Zeit angefangen und die haben auf Comixology dann ja auch eine Zeit lang, ich sage mal, Marvel war da mit den Infinite Comics, haben da versucht, was zu machen. Aber das ist wieder eingeschlafen. Ich frage mich halt, wenn es wieder eingeschlafen ist, ist es vielleicht nicht angekommen, dass die Leute, vielleicht die jetzt digital lesen, eher vielleicht meine Generation sind. Ich bin ja nochmal ein Stück älter und einfach nur ihre in Anführungszeichen Comics irgendwie digital haben wollen. Also ich glaube, dass es im Moment noch sich nicht lohnt, digital zu produzieren. Ganz klar. Das sehe ich auch, wie sich die Leser bei Touch verteilen. Ja, ich verkaufe digital, aber ein Großteil von dem, was ich digital verkaufe, ist in der Kickstarter-Kampagne von den Leuten, die das Porto scheuen. Ganz klar. Ich glaube aber auch, dass diese Comics, die du gerade beschrieben hast, kenne ich nicht alle. Ich kenne die Varianten von Marvel und DC. Ich kenne auch die etwas aufwendigeren Multimedia-Geschichten, die sie gemacht haben, bei denen du dann ja teilweise sogar eine Vertonung drin hast mit Synchronsprechern. Dass das sich nicht lohnt, ist klar. Ja, ich weiß nicht, ob die daran gescheitert sind, dass sie nicht genug Leser hatten, dass sie nie genug Leser kriegen können, als dass die Vertonung sich lohnen kann. Das wäre eine andere Diskussion. Oder ob es vielleicht daran liegt, dass die Comics zu der Zeit generell nicht besonders einsteigerfreundlich waren. Und da rede ich jetzt nicht von Jumper, von Jump-on-Points, sondern ich rede mehr von dem, was ich eben schon mal angeschnitten habe mit wie viel hundert Hefte muss ich eigentlich sammeln, bevor ich mal eine durchgängige Story lesen kann. Die Geschichten, die ich früher, mit denen ich als Kind eingestiegen bin, gut, das waren dann teilweise auch Kontertaschenbücher, wo fünf oder sechs Sachen drin gesammelt waren. Ja, aber auch wenn du da ein Spider-Man-Heft hattest, wo ihm dann mal wieder Elektro um die Ohren geflogen ist, dann hast du ein Heft gelesen und hattest die Geschichte fertig. Wenn ich heute an den Kiosk gehe, abgesehen davon, dass man am Kiosk ja eh kaum noch was findet, finde ich nichts, wo drauf steht, abgeschlossene Geschichte in diesem Heft. Und ich glaube, das ist dann eher das Problem, wenn du so ein Medium verwendest, wo du generell auch eine andere Leserschaft hast oder eine andere Leserschaft erreichen willst, da musst du die natürlich mit denselben Tricks anfüttern, mit denen du deine Stammleserschaft im Papier-Medium auch angefüttert hast und musst die da irgendwie mit so kleinen Einstiegsdrogen reinlocken. Das, was es gab, gerade von Marvel, war schon abgeschlossen. Das waren dann halt sechs bis zehn Folgen Miniserie. Und das war sehr abgeschlossen. Ja, genau. Aber du brauchst halt diese sechs bis zehn Folgen, von denen dann jede du dir für x Euro und das... 1,50. Die waren etwas günstiger sogar. Ja? Okay. Ja. Den Einstieg hatte ich dann verpasst. Aber Stefan, vielleicht nochmal kurz auch zum Preisargument und ein bisschen auch zur Frage der Sammlung. Und es ist ja jetzt gerade so, dass wir versuchen, rauszubekommen, okay, wo sind jetzt eigentlich genau die Unterschiede zwischen digitalen und analogen Comics? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede im Zielpublikum? Und dann ist die Frage des Preises schon eine, die man sich durchaus mal durch den Kopf gehen lassen muss. Also ja, okay, ich kann jetzt hier einen Comic kaufen, gerade bei den deutschsprachigen Comics, die ich zum Beispiel auf der jetzt mehrfach erwähnten Plattform Comixology finde, spare ich wenige Euro im Vergleich zur gedruckten Fassung. Und das dem Endkunden zu verkaufen, ist schon mal relativ schwierig, wo er sich diesen Comic jetzt ja eben nicht mehr in sein Regal stellen kann oder ihn vielleicht sogar wiederverkaufen kann. Ein Punkt dafür ist halt einfach auch dieses Thema Buchpreisbindung, das wir bei deutschsprachigen Comics natürlich in einem gewissen Rahmen auch haben. Nö. Einspruch, Einspruch. Feuer frei. Ich will nur kurz, könnt ihr gerne noch dann gleich ausführen. Ich will nur sagen, wenn es um Preise geht, ist digital letztlich schon ganz schön unschlagbar. Okay, was ist da jetzt genau auch der Einspruch für das Thema Buchpreisbindung? Buchpreisbindung zählt pro Ausgabe. Schon in dem Moment, in dem du ein anderes Cover hast, kannst du einen anderen Preis nehmen. Das heißt, die digitale kann eigentlich immer relativ problemlos einen anderen Preis haben. Problem ist eher, dass Comixology sehr, sehr stark an der ganzen Sache mitverdient. Also für das Geld, was Comixology nimmt, kann ich auch ein Heft an den Bahnhofskiosk stellen. Einziger Unterschied natürlich, dass ich dann noch mehr Hefte produzieren muss, die ich nicht verkaufe. Bei Comixology produziere ich nur oder produziere auch nur Kosten, wenn ich verkaufe. Aber das führt halt dazu, dass ich als Verleger quasi dieselben Kosten habe, wie wenn ich auf Papier gehe. Und wenn ich dieselben Kosten habe, dann werde ich denselben Preis dafür verlangen müssen. Okay. Meines Wissens gibt es auch für euch als kreative Köpfe, die ihr dort veröffentlicht, auch noch das Problem der Auszahlung. Es muss erst mal eine Mindestmenge an Verkäufen stattgefunden haben, bevor es für euch überhaupt zu einer Auszahlung kommt. Ist das richtig? Das ist richtig, aber das ist unerheblich. Das ist ein niedriger dreistelliger Betrag. Also wenn es sich lohnt, auszuzahlen tun, die das auch, aber auch das hängt natürlich wieder damit zusammen, dass bei diesen ganzen Online-Sachen nicht nur die Kosten für diese Plattform auftreten, sondern, und das ist, je kleiner die Preise werden, desto größer spielt das als Anteil mit rein, auch die Kosten für den Zahlungsanbieter. Also für ein Paypal, mit dem der Endkunde da bezahlt und für eine Überweisung, die ein Comixology auf mein deutsches Bankkonto macht. Und weil da Kosten anfallen, sagen die, also wir überweisen jetzt nicht jedem jeden Monat 1,18 Euro von dem einen Comic für 5,99 Dollar, das er in dem Monat durch Zufall mal verkauft hat, weil sich irgendein Blogger oder ein Podcaster vor dem Interview nochmal schnell schlau machen wollte und sich nicht die Blöße geben wollte, im eigenen Shop zu bestellen. Und wenn du da halt echt hingehst und nur so ein paar Verkäufe hast, dann rentiert sich das nicht. Das ist dann aber auch wieder das Problem, was ich eben angesprochen hatte, mit du musst eine gewisse kritische Masse an Lesern eigentlich mitbringen, um zwischen diesen ganzen Comixology-Submit-Sachen, die es da gibt, überhaupt noch aufzufallen. Plus, wenn du ein Kleinverlag schon bist, also Kleinverlag, ich meine, wir reden hier vielleicht von einem Alterna oder von einem IDV, was bei Comixology als Kleinverlag läuft, dann hast du auch nochmal ganz andere Marketing-Möglichkeiten, über der ich über Comixology-Submit meine Sachen einstelle. Ich kann nicht zeitlich reduziert, zeitlich begrenzt den Preis auf Null setzen. Ich kann überhaupt nichts kostenlos dort anbieten. Das lässt die Plattform gar nicht zu. Kann ich wieder verstehen, weil der Plattform auch Kosten entstehen, etc. etc. Aber das heißt, das ist eigentlich für Selbstverleger und wirklich in kleinem Maße agierende Leute nicht wirklich eine Option, weil sie da so in der Masse runtergehen und kaum Möglichkeiten haben, da rauszustechen, dass es sehr, sehr viel Arbeit und Mühe erfordert, um da allein schon nur ein einzelnes Heft zu verkaufen, geschweige denn mal zehn oder hundert Stück, dass man da mal was ausgezahlt bekommt. Ja, das ist natürlich ein Thema, wo man jetzt durchaus mal auf andere Plattformen zu sprechen kommen könnte, denn diese Plattformen von eben dem großen Anbieter mit A, Comixology, ist halt jetzt vielleicht ein Marktführer und vielleicht auch die bekannteste, wo man dort die ganzen Superhelden bekommt, aber es gibt für uns als Endkunden jede Menge weitere Möglichkeiten an digitale Comics zu kommen, sowohl englischsprachig als auch deutschsprachig, da gibt es einen ganzen Haufen, also einen ganzen Haufen, es gibt eine Handvoll gute Angebote, teilweise auch kostenlose Angebote, Schnupperangebote und darauf wollte ich jetzt auf jeden Fall mal zu sprechen kommen, einen großen, eine große Quelle für digitale Comics, für mich ist das Humble Bundle und was das Humble Bundle ist, Nick, das kannst du uns mal kurz erläutern, oder? Ja gerne, also Humble Bundle ist ja vielleicht aus den einen oder anderen schon bekannt, das ist letztendlich ein Anbieter, der zu relativ günstigen Preisen sogenannte Bundles anbietet, das müssen nicht nur Comics sein, das können auch zum Beispiel Videospiele sein, ist immer sehr beliebt und da hat man dann die Möglichkeit, in verschiedenen Preiskategorien ein entsprechendes Bundle zu bekommen. Ja, also jetzt gerade, du hast es angesprochen, ist zum Beispiel ein Creator Spotlight von Jeff Lemire, da kriegt man dann gerade für einen Dollar oder mehr, man hat ja die Möglichkeit, auch mehr zu bezahlen, das liegt ja an einem selber, also man hat neben dem Mindestpreis auch die Möglichkeit, noch mehr zu zahlen, hat man dann zum Beispiel jetzt hier Sherlock Frankenstein und Jalen Falls und Descender und alle möglichen Produkte und das kommt immer mal wieder und ist eine Möglichkeit, zu relativ kleinem Geld dann die digitalen Produkte halt abzugreifen. So, da wir von Comics sprechen, ich habe das schon ein paar Mal in Anspruch genommen, sowohl, ja, so Spiele kaufe ich da auch ganz gerne mal, aber hier in dem Fall geht es ja um Comics und ja, es ist eine super Möglichkeit, ja, zu kleinem Geld, teilweise wirklich große Mengen, auch gutes Material halt käuflich zu erwerben. Hat man dann digital, die Daten, also beziehungsweise Dateien werden dann in einem entsprechenden Format dann halt zum Download angeboten und die kann man dann mit einem entsprechenden Endgerät seiner Wahl halt auch dann lesen. Sehr gut. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen ins Detail, weil ich finde, dass man dieses Humble Bundle aus vor allem einem Grund nochmal sehr empfehlen kann, denn das ist jetzt hier nicht einfach nur was, wo der arme Künstler ausgenutzt wird und der viel zu wenig Geld für seine Kunst bekommt. Nein, das ist im Regelfall auch so, dass hier einem guten Zweck das Ganze zur Verfügung gestellt wird, ja. Also da gibt es dann immer so ein Projekt, das kann man, man kann glaube ich sogar auswählen, was für ein Projekt genau man will und man kann glaube ich sogar in einem gewissen Rahmen aussuchen, wie viel Prozent von dem Geld, das man bereit ist auszugeben, an Humble Bundle geht, wie viel an den Künstler, wie viel an diese Organisationen. Ist das richtig? Äh, ja, ich muss sagen, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal gehört habe, deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, wie die Aufteilung da ist, man hat aber halt die Möglichkeit, auf jeden Fall selber zu bestimmen, wie viel Geld für dieses Bundle halt bezahlt wird, also über diesen Mindestpreis hinaus. Also ich kann auch sagen, als Beispiel, dieses angesprochene Creator Spotlight, ähm, das kommt einer, der Hero Initiative zugute, das ist halt ein Programm, da wird auch natürlich direkt auf der Seite angezeigt, da geht es dann um irgendwie so Zahlleistung für Benachteiligte und so weiter und so fort. Man kann sich also entsprechend auch direkt darüber informieren und wenn man sagt, ja, das möchte ich, möchte ich unterstützen, dann kann ich sagen, hier für dieses Bundle, das eigentlich 200 Dollar wert ist und mich aber vielleicht nur 10 Dollar kostet, kann ich auch eine Summe plus X da drauf packen auf den Mindestpreis und das kommt dann halt einem guten Zweck zugute. Und ist es richtig, ich habe dich richtig verstanden, also ich weiß natürlich, aber wie gesagt, für die Zuschauer, äh, zu Hörer, ne, für das Publikum, yo, ähm, ähm, die Dateien, die kriege ich dann wirklich, ne, also ich kann mir das runterladen und irgendwo auf meine Diskette packen und in meinen Keller tun, oder? Ja. Genau, da geht also nichts verloren, nur weil wir irgendwie in der Hörmer pleite gegangen sind. Man ist ja nicht irgendwie in einem Abo oder Streamingangebot, äh, das dann mit dem Anbieter steht und fällt und wo dann, wenn da mal der Super-GAU kommt und der sein Angebot halt streicht, pleite geht, was auch immer, äh, dass die ganzen Produkte, oder halt in dem Fall jetzt der Produkte nicht zur Verfügung stehen, das ist hier nicht so, ja, also man ist da, was das angeht, tatsächlich auf der sicheren Seite. Gerade, weil ich da schon so viele Schnäppchen gemacht habe, finde ich das ganz, 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 ganz toll. Da gibt's, da kann auch ganz ehrlich, da können auch selbst die Sales beim großen Marktführern im Regelfall nicht mithalten, denn das ist einfach hier nochmal, im Regelfall nochmal deutlich günstiger als die entsprechenden Sales, die es dann da auch gibt. Definitiv. Dafür natürlich immer nur eine kleine Auswahl, denn man hat ja jetzt nicht irgendwie, äh, jede Woche, weiß ich nicht wie viele Batman-Comics, wenn man denn entsprechende Comics sucht, man muss halt immer gucken, ist was dabei, was mich interessiert. Das kann auch mal sein, dass dann vielleicht ein paar Wochen oder Monate nichts dabei ist, aber wenn dann mal so ein Bundle aufgeführt wird, das halt genau den eigenen Geschmack trifft, dann kann man ja wirklich richtig Geld sparen. Das ist definitiv so. Auch jetzt mal Frage an dich und vielleicht auch an die anderen beiden, weil ich nicht genau weiß, wie sehr er da drin steckt. Wenn man sich dann solch einen Comic gekauft hat, beziehungsweise dieses Paket gekauft hat, dann wird einem im Regelfall die Wahl gelassen, in welchem Dateiformat man das runterlädt. Das kann also sowohl die PDF sein, das kann diese EPUB sein, die wir gerade schon angesprochen hatten, oder es gibt noch das Dateiformat CBR. So, das sind doch aber letztlich für mich als Endkunden irgendwie alles dieselben Dinger, oder? Ich kann immer irgendwie rumspringen, ich kann die Seiten wechseln oder gibt es jetzt einen wesentlichen Unterschied, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe? Ich glaube, bei CBR gäbe es auch so eine Art Guided View. Nein. Zumindest gab es das doch mal in dieser Amazon-Variante davon für den Kindle, oder? Nee, das CBR, es ist nichts anderes als JPEGs in eine RA-Datei gepackt. Wenn ich ein CBR mit einem WinRAR aufmache, habe ich einfach ganz viele JPEGs drin. Es gibt auch ein CBZ, das ist dasselbe mit ZIP gepackt. Also da kann es nicht drin sein. In einem EPUB, ich weiß nicht, ob es in der neuesten EPUB-Version möglich ist, dass ich da ein Guided View drin habe. Das wäre möglich, glaube ich aber auch nicht. Ich weiß noch, dass es bei Amazon für das Kindle-Self-Publishing das gab, also bevor Amazon... Das war aber eine andere Datei. Amazon hat eine eigene Datei-Version am Anfang gehabt. Das war irgendwas, war das nicht Mobi? Stimmt, da war irgendwas. Und eben habe ich noch gesagt, ich bin eigentlich ITler. Können wir das rausschneiden? Ich bin doch auch ITler und weiß es nicht so genau. Dafür haben wir die Runde ja, um uns gegenseitig zu ergänzen. Aber eins möchte ich noch mal kurz einwerfen, weil ihr es immer wieder davon habt, also auch gerade, wo ich jetzt von Amazon anfange, ich weiß gar nicht, ob die das Kindle-Zeug noch haben. Das war so aus der Zeit, bevor sie Comixology gekauft haben. Und ich muss jetzt auch noch mal bei Comixology gucken, weil ich mache ja gerade Marktbeobachtung, weil meine Variante ich auch als Plattform in die Welt rausbringe. will für andere Künstler. Und ich weiß, deswegen will ich das bei mir auch aufnehmen, dass die bei der Kindle-Geschichte damals in ihren AGB im Kleingedruckten drinstehen haben, wenn der Dienst jemals eingestellt werden sollte, dann bekommst du als Nutzer so und so viele Monate alles, was du gekauft hast, in einem offenen Dateiformat zum Download bereitgestellt. Es ist ein Spaß, den ich mir bei meiner Plattform dann auch machen will. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es gerade bei Comixology nicht so ist jetzt, wo die zu Amazon gehören. Ich muss aber sagen, ich habe es noch nicht nachgeguckt. Insofern würde ich nicht von vorne weg alles verteufeln, wo man was in einem proprietären Format kauft. Ich würde immer schon noch mal das Kleingedruckte lesen. Es kann durchaus auch sein, dass man das so sicher hat, wie es rechtlich möglich ist. Nee, ist bei Comixology definitiv nicht der Fall. Das wüsste ich. Dann müssen sie es jetzt halt nachziehen. Okay, also das mal kurz zum Humble Bundle. Etwas, das ich auf jeden Fall erwähnen wollte, weil ich, wie gesagt, persönlich als Endkunde das schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Es gibt noch verschiedene weitere Plattformen. Unter anderem gibt es eine, auf der vor kurzem große Verlage, große deutsche Verlage wie CrossCult und Panini auch versucht haben oder ich glaube immer noch versuchen, da entsprechende Veröffentlichungen rauszuhauen. Ich glaube, das ist eine Plattform, die eigentlich aus Frankreich kommt und der Stefan hat sie vor kurzem bei sich im Blog ein bisschen genauer vorgestellt. Ich glaube, sie trägt den Namen Isneo, oder? Ja, Isneo ist ein Zusammenschluss von verschiedenen französischen Verlagen, die da zusammen versucht haben, im Prinzip eine Konkurrenz zur Comixology aufzubauen. Funktioniert wahrscheinlich in Frankreich auch ganz gut. Funktioniert in Deutschland meiner Meinung nach eher schlecht als recht. Erstens ist die Webseite zwar übersetzt, aber das Ganze ist sehr grauselig übersetzt. Dann sind sie hergegangen, haben großen Fehler gemacht, die haben ihre ganzen Funktionen in der Webseite in Französisch geschrieben und haben dann natürlich Probleme, das entsprechend in den anderen Sprachen vernünftig zu verlinken. Man bekommt also sehr oft auf der Webseite einen Fehler angezeigt. Und ich habe mir die App angeschaut, sowohl auf dem iPad als auch auf der Switch. Und da gibt es kein Guided View. Auf der Switch macht die App somit überhaupt keinen Sinn. Weil, wie will ich gerade ein europäisches Album auf dem kleinen Bildschirm der Switch oder selbst auf einem großen Fernsehbildschirm, der aber dafür auch nicht gedacht ist, lesen, wenn ich keinen vernünftigen Guided View habe. Das Ganze ist eher eine halbgare Idee, aber nicht wirklich zu empfehlen. Also nochmal, das heißt also, die haben keinen Guided View und das ist das zentrale Problem aus deiner Perspektive, plus die Übersetzungsfehler. Plus die Übersetzungsfehler, plus die, gut, die haben auch keine Erfahrung. Die App ist nicht wirklich ganz rund. Es kommen immer mal wieder auch sonstige Fehlerchen auf. Ich habe bei Comixology noch nie einen App-Fehler gehabt. Und wie gesagt, ich nutze das Ding jetzt seit fünf Jahren und da habe ich, die App ist ein paar Mal abgestürzt, die Anmeldung hat nicht vernünftig funktioniert. Also das war etwas seltsam. Wie sieht es da preislich aus? Schade, klang nämlich cool. Preislich sieht es da so aus wie bei allen anderen auch. Sind im Prinzip die normalen Preise mit, hier, es gibt mal ein Angebot, da kriegst du mal zehn Prozent oder sowas. Aber das gibt es, ja, woanders auch. Was es Neo hat, die bieten halt gerade von Splitter und von Grosskult Sachen an, die es bei Comixology nicht auf Deutsch gibt. Also da haben sie halt das Alleinstellungsmerkmal. Aber ganz ehrlich, das Ganze hatten wir schon bei Mad Dog Comics und wir hatten das Ganze schon davor. Hat Panini nochmal selbst was versucht aufzuziehen? Das ist auch alles gescheitert. Ich sehe da keine große Zukunft drin. Ja genau, darauf wollte ich nämlich kurz nochmal zu sprechen kommen. Du hast ja diese Plattform von Panini angesprochen. Ich glaube, die hieß Die Deon oder Gideon oder irgendwie sowas hieß die, waren irgendwie auch eine sehr begrenzte Anzahl an Comics dort, aber eben dann deutschsprachig in was für einem Format auch immer. Das scheint mir so ein bisschen, als hätten wir in Deutschland, was digitale Comics angeht und vor allem, was eben die großen Verlage angeht, größeren, eben insbesondere auch die Superheldenverlage und eben Lizenznehmer, da eher keine gute, sag ich mal, Plattform im Laufe der letzten Jahre gehabt und wären dann doch irgendwie alle wieder beim Marktführer gelandet. Das ist eigentlich ziemlich schade. Woran könnte das liegen? Nehmen die alle nicht genug Geld in die Hand? Ist der Markt dafür nicht da? Was könnte ein Problem sein? Ich denke, es ist der Markt. Man darf nicht vergessen, dass in den USA der E-Book-Markt, also von den ganz normalen E-Books, in etwa bei 20 Prozent liegt und in Deutschland bei 5. Und wenn man jetzt noch überlegt, dass wir in Deutschland einen sehr viel breiteren, breiter aufgestellten Comic-Markt haben, wir haben eben nicht nur Marvel und DC, sondern wir haben einen sehr großen Manga-Markt, wir haben einen sehr großen franco-belgischen Markt, wo ein bisschen was kommt. Wir haben die Italiener, die hier einiges platzieren, wir haben die ganzen Disney-Sachen, die aus Skandinavien kommen, wir haben in den Supermärkten die Magazine, Comic-Magazine, sei es Pokémon, sei es die Star Wars Lego-Sachen oder wie auch immer, wir sind schlicht und einfach, was den Comic-Markt angeht, breiter aufgestellt und das alles auf eine Plattform runterzukriegen, ist halt schwer und da will halt jeder irgendwie mitreden, sein Süppchen kochen und sich vielleicht nicht gerade von einem Großen abhängig machen und das spielt ein bisschen mit rein und wie gesagt, die Tatsache, dass das Digitale, überhaupt die Idee, Dinge nicht zu besitzen, in Deutschland immer so ein bisschen schräg angeschaut wird. Und nicht zu vergessen, da kommt dann noch hinzu, dass wir insgesamt einen relativ kleinen Comic-Markt in Deutschland haben, wenn du es mit den anderen Ländern aus denen die Comics kommen, von denen du gerade gesprochen hast, vergleichst, also wie viel Prozent der Bevölkerung, die ein Buch lesen in den USA, fassen auch ein Comic an, da habe ich in der Vergangenheit andere Zahlen gesehen als in Deutschland. Also wie gesagt, dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, würde ich jetzt mal sagen, dass wir prozentual gesehen einen größeren Markt als in den USA hatten. Also gerade, weil es so breit ist. Du hast Asterix, du hast Fix und Foxy, du hast Mickey Mouse, das kennt hier jeder. Oder ob die Kinder sich einen Lily-Fee-Comic nehmen oder ein Pokémon-Heft in die Hand nehmen, das ist etwas, was hier so verbreitet ist. In den USA gibt es Marvel und DC. Und das war's. Selbst die anderen Verlage, von denen du eben kredist hast, IDW und wie auch immer, die sind ja wesentlich kleiner. Und das Comic-Lesen findet in den USA fast ausschließlich im Fachhandel statt. Also ein bisschen was im Buchhandel, aber ansonsten gibt es die Comics-Shops. Und das war's. Es war ja letztes Jahr das Riesenthema, dass DC jetzt in Walmart gegangen ist. Und hier bei uns in der Kleinstadt gehe ich von Supermarkt zu Supermarkt und überall liegen irgendwelche Comics rum. Also ich würde schon sagen, dass der Markt in Deutschland wesentlich größer ist. Okay. Also verschiedene Themen, die man da natürlich alle ansprechen muss, was natürlich auch immer so ein bisschen mitschwingt. Wir hatten es vorab auf Twitter in einem groben Rahmen mal angesprochen. Das natürlich würde mich das auch mal interessieren, wie da so eure Erfahrungen sind, was einfach illegale Scans betrifft. Wir hatten ja durchaus das Thema, dass du Comics, gerade aktuelle und gerade auch von den großen Superhelden verlagen, also die Sachen, die eh zuhauf von irgendwelchen Leuten gekauft werden, auch eingescannt auf Plattformen online zu finden sind als JPEGs mit gewissem eingeschränktem Lesekomfort, findest du die Sachen im Regelfall alle. Du kannst fast alles illegal eingescannt lesen, hast dann halt nicht zu Hause und keine Ahnung wie, aber kannst es im Grunde nach lesen. Wie sind da eure Erfahrungen vielleicht sowohl gesprochen auch als Endkunde wie vielleicht eben auch als Künstler? Oder ist euch das schon mal irgendwo begegnet? Meinst du jetzt generell? Eingescannte Comics, genau. Bist du vielleicht schon mal in die Versuchung gekommen? Hat dir schon mal irgendwer aus deiner Comicblase Links geschickt? Hier, guck mal, der neue Iron Man oder so, gab es das schon oder ist das eher nichts, womit du Kontakt hattest? Also, ich muss sagen, in meinem näheren Umfeld werden nicht viel Comics gelesen, deswegen ist das da tatsächlich allein aus mangelnder Gelegenheit gar nicht so vorgekommen. Aber bei Büchern habe ich das zum Beispiel schon oft mal erlebt, dass Leute in meinem Freundeskreis dann da oder im Bekanntenkreis dann da auch mal darauf zugegriffen haben. Ich selber, ich meine, mir sind entsprechende Plattformen natürlich auch bekannt, das geht ja auch schnell, wenn man heute mal irgendwie googelt, Comics und bla, dann ist man ja manchmal schneller auf irgendeiner Seite, als man gucken kann. Ja, das stimmt. das ist ja gerade, also, finde ich, geht sogar noch viel, viel schneller als bei Filmen. Vielleicht, weil das da auch noch nicht so auf dem Radar ist von diversen Anbietern. Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Aber ja, klar, das gibt es. Ich nutze das selber halt nicht, eben weil, ja, ich selber als Comic-Konsument ja auch diese Branche ein Stück weit fördern möchte. Also, und ich meine, die Angebote sind ja auch so da. Natürlich, wenn man nicht aufpasst und, aber dann ist man selber schuld, dann zahlt man auch für digitale Comics ja durchaus sein Geld. Aber wir haben ja einige Plattformen genannt und zum Beispiel so ein Humble Bundle. Also, ich kann durchaus mal da meine 10, 15 Euro ausgeben für ein riesiges Angebot, das ich da wahrnehmen kann. Da muss ich jetzt nicht noch ausweichen. Aber klar, die Versuchung ist da. Das sind zwei Klicks. Man muss anders als bei, also mittlerweile muss man Filme ja auch nicht mehr runterladen. Man kann ja alles streamen. Und bei den Comics geht es ja noch schneller. Da geht es ja teilweise nur um LMBs, die man runterladen muss oder die man auch nicht mehr runterladen muss. Man kann sie sich ja auch direkt dann anschauen. Tja, also ist sicherlich eine Gefahr. Aber die ist ja jetzt schon länger da. Genau. Stefan, wie sieht das bei dir aus? Hast du damit schon Kontakt und Erfahrung gehabt oder siehst du das auch eher so ein bisschen zweifelhaft? Ich sehe es nicht nur zweifelhaft, ich sehe es also tatsächlich als schädigend an. Da ich mich mit dem Thema da schon ein bisschen näher beschäftige und auch da ein bisschen auf das höre, was die entsprechenden Schaffenden dazu sagen, ist da einfach das Problem, dass da sehr viel mit kaputt gemacht wird. Man darf ja nicht vergessen, dass die Plattformen, die das anbieten, bieten ja dann alles Mögliche an und die leben im Prinzip davon, dass die halt irgendwo das Leute was runterladen und dass da halt dann auch Werbung mit in irgendeiner Weise genutzt wird und egal was ich da runterlade, egal warum ich da runterlade, ich unterstütze die Leute, die illegal Sachen kopieren und das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ja, es macht vielleicht viel einfach kaputt, was man dann so schnell nicht wieder aufgebaut bekommt, das wäre sicherlich ein großes Problem und man muss sich einfach mal vor Augen halten, das ist eine Sache, die ich auch, wir machen hier auch ganz, 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 ganz viele Filmbesprechungen, da ist natürlich das Thema auch illegales Filmstreaming immer irgendwie auch was, was mitschwingt, was man auch mal bespricht und man muss sich einfach mal vor Augen halten, dass es eben auch bei den Comics ja auch so viele Plattformen gibt, wo man legal, kostenfrei Sachen lesen kann. Also ich möchte da jetzt auf jeden Fall noch erwähnen, zwei Plattformen, die mir quasi am Herzen liegen, weil ich sie ja einfach positiv mal hervorstechen lassen möchte, das ist einmal Manga Plus, das ist eine relativ aktuelle App, die es gibt, ich weiß gar nicht genau, wer die betreibt und wer das alles macht, ich glaube, das ist aber auf jeden Fall verlagsgestützt und man kann hier legal aktuelle Mangas lesen, ich glaube immer so die letzten, im Regelfall von den einzelnen Serien immer so zwei, drei Ausgaben und alles davor müsste man dann kaufen, also Manga Plus hat an der Stelle mal erwähnt, wenn es um Manga geht und natürlich, und das ist ein Thema beziehungsweise eine Plattform, die ich kennengelernt habe im Zusammenhang mit der deutschsprachigen Indie-Comic-Szene, ist Tapestik, auf jeden Fall eine Plattform, die man an der Stelle mal erwähnen muss. Tapestik ist ein großes Ding, ich habe nicht ganz durchgeblickt, wie das eigentliche System funktioniert, aber dem Grunde nach kannst du dort auch im umfangreichen Stil dir ganz, 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 ganz viele Comics unterschiedlichster Genre anschauen, also eben, ob es jetzt Manga sind, Comics sind, Sci-Fi ist, ob es irgendwie Liebesdinger sind oder eben was ganz anderes, gibt es sehr viel, häufig werden dort Sachen auch parallel zum Druck veröffentlicht, also da hast du zum Beispiel von der Olivia Fievek auch die Sachen zu ihrem Endzeit-Comic hast du da auch gekriegt, ja, das war da, Masu Schmidstoch, da hast du da auch gekriegt und viele weitere Sachen, die jetzt in den letzten Monaten sehr viel Aufmerksamkeit auch bekommen haben, das heißt also, Tapestik kann ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen, auch da gibt es die Möglichkeit, ich glaube, auf einer gewissen freiwilligen Basis, den Künstlern auch was zukommen zu lassen und es gibt dann schon irgendwie auch eine Form der Monetarisierung, also kurzum, worauf ich hinaus will, wer Comics lesen möchte, wer mal einen Eindruck von Sachen bekommen möchte, was noch so geht, was es da draußen in der Comicwelt noch so gibt, der ist mit diesen Plattformen auch sehr, sehr gut bedient und es gibt da noch viele weitere, also ich habe keine Ahnung, gute Erfahrungen gemacht mit MyComics zum Beispiel, da gibt es eine Menge Sachen, die man sich durchlesen kann, die da auch teilweise vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden. Das ist direkt von Panini, MyComics. Das ist genau, ja, die sind dabei, aber da kannst du auch als kleiner Comic-Künstler selbst was veröffentlichen, also wer von unserem befreundeten Freund des Comic-Podcasts, den Comic-Cookies, ist der Legal Legende dabei und Legal Legende hat da früher auch Sachen zum Beispiel rausgehauen, die kannst du dir also vollumfänglich angucken, Helldraw-Wien kannst du dir komplett dort geben und viele, viele weitere Sachen, aber du hast recht, genau, das ist von Panini und an der Stelle auch mal Chapeau, also ist auch nicht selbstverständlich, dass einer der großen Comic-Verlage da so eine Plattform bietet und dann letztlich auch neuen Leuten, ja eben Möglichkeiten bietet, finde ich großartig. Wie sieht das aus, Stefan, oder generell alle dreimal gesprochen, hat irgendwer von euch Erfahrung mit diesen genannten Plattformen, also insbesondere jetzt hier Tapastic oder eben meinetwegen auch MyComics, habt ihr da schon mal mitgearbeitet oder gar was drauf gelesen? Also mir sagt's gar nichts, also das Tapastic sagt mir, wie wird das denn geschrieben, muss ich mal fragen, Link kommt sicherlich noch. Tapastic, ja, wie Tapas und Astic mit Zehnten dran und es gibt noch eine App, die Tapas App und die ist auch relativ komfortabel, hat Community-Funktionen, du kannst dort als Comic-Schaffender auch zeitgesteuert Veröffentlichungen machen, wenn du sagen willst, du bringst einmal die Woche eine neue Seite raus, kannst du da, das kannst du alles dort steuern. Vergessen hätte ich fast Animax, Animax ist in einem gewissen, sag ich schon mal, in einer gewissen Comic-Blase auch noch eine aktuelle Plattform, die ist vielleicht technisch nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand, aber immer noch relativ groß, ich glaube gerade bei den Manga und ja, eben auch Anime-Leuten, aber vor allem eben bei dem Manga-Bereich ist die glaube ich noch rechte groß. Ja, jetzt will ich hier nicht den Fehler begehen und versuchen alle, die es gibt irgendwie zu erwähnen, dafür sind es dann vermutlich doch zu viele, gerade auch, weil viele Comic-Künstler natürlich zusätzlich noch ihre Comics auf eigenen Seiten veröffentlichen, also zum Beispiel die angesprochenen Jungs von der House Divided machen ganz viel auch noch auf ihrer eigenen Seite und veröffentlichen da parallel zu den Trades, die du in gedruckter Fassung kaufen kannst, ihren Comic eben auch noch unter anderem auf ihrer eigenen Seite. Also kurzum, es gibt sehr viele kostenfreie, legale Möglichkeiten, Comics zu lesen und das will ich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal betont wissen. Das ist, um vielleicht kurz mal aus der Sicht der Macher zu sprechen, ich selbst mache es nicht, ich mache immer nur mit Leseproben, aber es ist für viele Macher eigentlich der Weg, ihr Comic erst mal in dem Bewusstsein zu bringen. Ob du jetzt hier eine Lara Burini mit ihrem Ponyhof siehst oder ein Sebastian Treffenjok mit seinem Tank, die veröffentlichen alles, was sie machen, erst mal kostenlos im Internet und holen sich dann ihr kleines Zubrot zurück mit der Printversion, in dem sie dann versuchen, die Leute, die das Ding als Online-Comic toll fanden, dazu zu bringen, auch die Printversion zu kaufen, was bei den beiden jetzt genannten, glaube ich, ganz gut funktioniert, bei vielen anderen funktioniert es nicht so toll. Das ist ein Konzept, wo man dann auch als Leser ganz beruhigt den Comic sozusagen zu sich nehmen kann im Vergleich zu diesen, ich nenne es mal Stelb gestohlenen Plattformen mit diesen Scans, weil du halt weißt und das macht zumindest mir dann immer ein ruhiges Gewissen, ja, das ist so gedacht, dass ich das jetzt hier erst mal umsonst lese und dann schauen wir mal, ob es mir gefällt oder nicht. Ich selbst habe noch nicht auf Tapas und MyComics veröffentlicht, habe aber auf beiden schon gelesen, ich bin aber ehrlich gesagt kein Fan von dem, was die allermeisten Comics dort machen, nämlich diese Scroller-Geschichte, wo du dich dann quasi von oben nach unten jeweils durchscrollst durch die einzelnen Titel und von Panel zu Panel scrollst. Das ist so ein bisschen, wie ich eben gesagt habe, ich versuche meine Leser nicht rauszureißen, möchte auch als Leser nicht rausgerissen werden und das Scrollen fühlt sich für mich persönlich nicht, ja, nicht intuitiv an. Da denke ich jedes Mal drüber nach und wie weit scrolle ich jetzt und scrolle ich das Bild jetzt in die Mitte oder scrolle ich es bis zum oberen Rand und lese dann drei auf einmal oder wie mache ich das jetzt? Da bin ich nie so richtig mit warm geworden, aber das ist glaube ich eher eine persönliche Geschmackssache. An sich sind die Plattformen sehr gut gemacht. Ja, die Präsentation ist auf jeden Fall so ein Thema. Ich sage das immer wieder, ich fand das auch ganz spannend, das hat der Heiko Hörnig mal erzählt, dass die ihre Comics dort digital vertreiben, du hast es jetzt auch als Beispiel genannt für eben einen Comic, wo es funktioniert. Er sagt, dass die Leser, die er hat, die Comics digital lesen, nicht zwangsläufig auch dieselben sind, die den Comic kaufen würden, so dass er nicht das Gefühl hat, als würden ihm dort quasi Käufe durch die Lappen gehen, dadurch, dass er seinen Comic auch digital online stellt und wenn es schon Überschneidungen in diesen beiden Gruppen gibt, dann ist es eher so, dass die Leute den Comic eben schon über die digitale Distribution kennen und dann im Anschluss nochmal kaufen, weil sie das irgendwie dann doch in der Sammlung haben wollen oder eben eine hübsche signierte Fassung irgendwie möchten. Das ist ja so seine Aussage, fand ich auch ganz spannend, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, man kannibalisiert sich vielleicht selbst oder so, aber dem wäre wohl nicht so. Fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, bei jedem Projekt so ist. Jungs, ich denke, wir haben uns jetzt hier fast anderthalb Stunden durchaus ausgiebig über digitale Comics unterhalten und ich denke, wir könnten jetzt mal jeweils zu so einer Art individuellem Fazit oder einem gewissen Ausblick auch kommen. Vielleicht wünschen wir uns nochmal ein paar Sachen in die Zukunft hinein und spekulieren ein wenig, was wir gerne so hätten und Nick, ich würde gerne mal bei dir anfangen, wo wir einfach mal versuchen wollen, zusammen so ein bisschen überlegen, okay, was könnten wir uns denn noch vorstellen, was könnte denn noch besser werden, was glauben wir, wie das vielleicht in ein paar Jahren mit digitalen Comics aussieht, was für Möglichkeiten gibt es da, wie sieht es aus, hast du, sag ich mal, Wünsche an meinetwegen die deutschsprachigen Comic-Verlage oder sind die für dich gar nicht so relevant und das sind eher die internationalen Sachen, was denkst du, kommt da in den nächsten Jahren oder was würdest du dir wünschen, was in den nächsten Jahren sich vielleicht noch ändert und ja, wie ist so eigentlich jetzt so vielleicht am Ende dieser anderthalb Stunden so, ich sag mal, sowas wie dein Fazit zum Thema digitale Comics? Ja, ich habe heute viel mitgenommen, also gelernt, weil ich bin ja eigentlich noch relativ unbedarf, was das Thema angeht, wie eingangs ja schon auch erzählt, lese ich noch verhältnismäßig wenig digital und bin da vielleicht auch gar nicht so im Thema, also ich habe da jetzt nicht den Marktüberblick wie hier die zwei anderen Protagonisten und kann da glaube ich gar nicht so weit ausholen und irgendwie so ein großes Fazit hier formulieren. Was ich mir wünsche, ist natürlich weg von diesem ich scroll irgendwo durch hin zu diesem eher intuitiven, ich muss sagen, ich habe mir zwischenzeitlich mal hier dieses Touch angeschaut und da gab es ja auch eine Leseprobe und das ist glaube ich schon was, womit man das digitale Lesen auf jeden Fall angenehmer für den Nutzer macht und wenn es mehr in die Richtung geht, wäre das zum Beispiel schon eine Verbesserung, wo ich dann sage, ja dann lese ich vielleicht auch mehr digital, aber ich glaube die großen innovativen Veränderungen, die können die anderen beiden hier gerne in den Raum werfen. Ja, das von mir. Ja, Hock, wo wir gerade bei dir sind, du hast es bereits hier und da mal erwähnt, du arbeitest ja an einer Plattform, hast auch verschiedene Ideen, ja, was war quasi Motivation für diese Plattform, was hast du damit vor, kann man schon was anteasen, gibt es schon ein Datum, vielleicht kannst du so ein bisschen in die Richtung was raushauen. Ja, da wir bei der Fazitrunde sind, möchte ich erst kurz vorausschicken, dass ich auf jeden Fall anfangen werde, Stefans Blog zu lesen, das ist für mich das Learning des Abends, ja, weil es ist ja ein Quell des Wissens. Danke. Ja, es ist in der Tat so, dass ich die Technik, die ich da aus Notwehr sozusagen mal auf einem kleinen Server hier in Deutschland angefangen habe, mit Touch umgebaut habe, so dass die jetzt auf Amazon Web Services läuft, das heißt für den Nicht-ITler einfach weltweit unfassbar schnell, unfassbar skalierbar, unfassbar billig und ich möchte das gerne anderen Künstlern zur Verfügung stellen. Ich denke dabei jetzt nicht unbedingt daran, dass da Verlagezeug veröffentlichen können, das bisher auf Papier war. Ich denke wirklich eher an so Leute wie mich, die mit irgendwas anfangen, als Selbstverleger rausgehen und ja, denen einfach ein WordPress-Blog, auf dem sie das Zeug seitenweise abbilden, nicht mehr reicht. Da wird es erst mal das geben, was man jetzt bei Touch sieht. Dann gibt es natürlich noch die verschiedensten Verbesserungen. Technologisch sind auch da Animationen möglich, es ist Ton möglich. Es gibt diverse Tricks, wie man Dinge, die doch für Papier gedacht waren, mit etwas, aber wenig Arbeit in so eine digitale Form rüberbringen kann und das sollte eigentlich schon zum Jahresanfang starten. Es ist jetzt in der Tat auch so weit, dass wir alle technischen Nüsse geknackt haben. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin im Moment sehr am Zweifeln, ob ich es überhaupt rausbringen soll, weil jetzt ja diese Artikel-13-Geschichte kommt und ich habe keine Ahnung, wie ich auf der Plattform am besten noch automatisiert prüfen soll, ob irgendjemand das Maskottchen einer südkoreanischen Erstliga-Baseball-Mannschaft in seinem Comic verwendet hat oder nicht. Und da, ich weiß noch nicht, ob ich mich traue oder ob ich warte, bis ich weiß, wie das in deutsches Recht umgesetzt wird, bevor ich das Ding wirklich live schalte. Es wäre mir eigentlich ein Anliegen, da was zu tun, aber ich habe ein bisschen Angst vor der eigenen Courage gerade, aber wenn was kommt, dann ist klar, dass auf jeden Fall der Tele-Stammticht das als erstes erfährt. Wird geteilt, ist versprochen. Ja, cool. Klingt doch dem Grunde nach eigentlich vielversprechend, nur ist der zielig die aktuelle Situation einer, mit der so gar niemand genau weiß, was ihn eigentlich erwartet. Ich möchte, also wir fangen hier gar nicht erst mit Politik an, sonst artet es aus. Stefan, wie sieht es aus mit deinem Fazit, wenn du sowas wie ein Fazit überhaupt geben kannst? Was wünschst du dir vielleicht, gerade da du den Gesamtmarkt ja durchaus im Blick hast, du dir verschiedene Plattformen angeguckt hast, der du auch durchaus viel digital liest? Ja, was ist so deine Zusammenfassung gesagt, was ist das und was würdest du auch vielleicht so ausblicksmäßig dir erwünschen, erhoffen? Also wünschen würde ich mir, dass es gerade im deutschen Bereich mehr geben würde, dass auch die anderen Verlage sich mal trauen würden, sich ein bisschen breiter aufzustellen und Sachen digital rausbringen. Was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass die Sachen aus den USA vielleicht etwas zeitnäher auf Deutsch erscheinen würden. Das beides sind aber wohl eher Utopien. Also als Ausblick sehe ich, dass sich für Deutschland an dem Markt schnell nichts ändern wird. Das sehe ich einfach so. Wir krebsen bei den E-Books, wie ich eben gesagt habe, schon seit einer ganzen Zeit lang bei diesen 5% rum und da tut sich auch nichts. Und von daher sehe ich, das digitale Comic in Deutschland, da wird sich so viel nicht tun. Muss man einfach so hinnehmen. Für die USA wünsche ich mir, dass das, was der Hock eben angesprochen hat, vielleicht wieder aufgegriffen wird, dass man sich traut, mehr Sachen wieder direkt für digital zu produzieren. Das kann ich vielleicht schon sehen, wenn man es irgendwo verbinden kann mit Computerspielen. Wenn da wieder mehr kommt, dass man sagt, okay, ich habe hier ein Spiel, das sich um Comics dreht und mache jetzt dazu, es gab es ja bei Injustice zum Beispiel, mache dazu jetzt einen Comic, dass ich da irgendwo die Möglichkeit habe, entsprechende Cross-Promotion zu machen. Sowas würde ich mir dann vielleicht wünschen. Okay, ja, das sind interessante Punkte. Vielen Dank. Auch meine Meinung will ich euch nicht vorenthalten. Also grundsätzlich finde ich es jetzt schon irgendwie auch mal zwingend notwendig, dass wir einfach auch weitere Plattformen stärken. Also ich finde es schon ganz gut, dass wir jetzt immer mal wieder europäische oder deutsche Versuche haben, so Plattformen zu etablieren. Ich finde es nur schade, dass es dann doch irgendwie so viele verschiedene sind. Also ich hätte gern alles auf einer Plattform. Ich hätte das gern auch hochwertig und ich hätte das gern auch in gesammelter Form. Und ich könnte mir zum Beispiel durchaus so ein Flatrate-Modell sehr gut vorstellen, wo man ähnlich jetzt wie bei großen Streaming-Anbietern im Bereich Film und Serien für einen Betrag X einfach jede Menge Sachen sehen kann. Also warum man sowas wie Marvel Unlimited immer noch nicht in Deutschland hat, ist mir ein absolutes, also nicht verständlich. Also klar, das ist mir nachvollziehbar, aber ich hätte einfach gern so ein Modell. Und zwar für möglichst alle, die da mitmachen wollen. Das sind hoffentlich möglichst viele. Ich hätte das Ganze gern aber eben auch mit so einem Guided View. Ja, also wenn wir da so Möglichkeiten haben, wie sie jetzt eben bei Hox eventuell irgendwann mal veröffentlichter Plattform da zur Debatte stehen, hätte ich das schon sehr gern. Denn ohne Guided View oder eine vergleichbare, komfortable Möglichkeit, Comics zu lesen, sind digitale Comics nicht sonderlich interessant. und man muss einfach auch dieses Preisthema irgendwo sehen. Also wenn Comics irgendwann vielleicht im Preis, also ich will nicht sagen sinken, weil sie sind teilweise schon sehr günstig, aber man muss am Preis, das muss man thematisieren, das muss man sich irgendwie bedenken, überdenken, was man da so will. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn es in irgendwie Kategorien gäbe oder meinetwegen ältere Comics, die für sehr wenig Geld oder eben im Rahmen von Flatrates lesbar wären. Das würde, glaube ich, vielen da draußen sehr entgegenkommen. Und ja, ich bin eben auch immer so ein bisschen preisgetrieben, das merkt ihr schon, ich erwähne es an der einen oder anderen Stelle. Das ist für mich immer ein großes Thema und insofern bin ich auch jemand, der gern bei Sales zuschlägt. Ja, und auch genau aus diesen Gründen eben jetzt auch, ich weiß wirklich nicht, welcher Lesestapel größer ist, ob mein digitaler oder eben der, der zu Hause hier rumsteht und im Wohnzimmer Staub fängt. Nun gut, das also dazu. Also wir hoffen, dass da noch einiges passiert und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr da draußen uns mal schreibt, wie es bei euch eigentlich aussieht. Digitale Comics sind ein Weg, Comics in das Volk zu bringen, bei denen ich immer nicht so genau weiß, wer liest das denn jetzt eigentlich alles? Wir haben jetzt hier kleine Prozentzahlen schon gehört aus dem Buchbereich und für viele kommen digitale Comics überhaupt nicht in Frage, weil sie, Zitat, was in der Hand brauchen, was haptisch ist, wo sie mal dran riechen können, wo sie sich von der Druckerschwärze betören lassen können. Das mag für viele der Fall sein, für viele auch praktisch sein, aber in einem gewissen Prozentsatz, wenn es zum Beispiel um das Thema Urlaub geht und man eben nicht kiloweise Sachen mit schleppen möchte, sollte man die digitalen Comics zumindest im Hinterkopf haben. Da freue ich mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload und ich bin sehr gespannt, was ihr da noch beizutragen habt. Ich möchte euch auch einladen, auf jeden Fall den Blog von Stefan, Nerdentum, und eben auch die Seite beziehungsweise die Comics von Hock euch genauer anzugucken. Hock hat das auch bereits erwähnt, er hat aktuell eine Kickstarter-Kampagne am Start für die neue Serie, die da am Ende des Tunnels auf uns wartet und auch das guckt euch mal genauer an. Ich kann sagen, dass ich da immer mitgemacht habe. Ich finde es total geil, meinen Namen auf dem Cover zu lesen, deswegen habe ich da immer auch ein paar Euro da gern für parat und eben ist er auch total sympathische Dude, das könnt ihr auf jeden Fall mal machen. Ich glaube, das war jetzt genug Honig. Jungs, habt ihr noch Sachen, die wir erwähnen sollten oder kommen wir jetzt zum Schluss? Machen wir beim nächsten Mal. Machen wir beim nächsten Mal, sehr gut. Ja, ich glaube auch, wir müssen festhalten, dass das Thema digitale Comics ist so umfangreich, das verdient wahrscheinlich noch mehr Runden. Aber für heute soll es dann genug sein. Alles klar. Jo, dann Nick, Stefan, Hock, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Gerne, ciao. 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 Ciao.